Hallo, hier ist Hennes Bender und ihr hört die Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen zu den Comic-Cookies Episode 89. Mein Name ist Breedstorm und mit mir an Bord sind heute... Ich bin der Andi Preller. Das ist noch ein bisschen ungeübt jetzt, wie wir das hier machen. Das ist immer sehr schwierig, wenn man sich nicht sieht und einer wirft zum anderen. Aber Andi Preller und mit dabei ist noch der Patrick oder Patrick. Hi. Wie geht's euch? Auch da ist es immer schwierig, wenn man einfach zwei Leute in die Runde wirft, ohne einen Namen mitzunennen. Aber hier geht's prima. Ich freue mich, dass wir heute wieder über Comics reden können mit dieser Neuauflage der Comic-Cookies. Und ich glaube, wir haben... Ich weiß noch gar nicht, was ihr alles so mitgebracht habt an Comics. Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns nicht komplett ausgetauscht, welche Titel heute alle besprochen werden. Aber das stellen wir dann gleich wieder vor. Pate, wie läuft's bei dir? Ja, Stimme ist leicht angeschlagen durch das Wetter, aber ansonsten auch ganz gut. Was hast du denn mitgebracht, Patrick? Ich habe drei Comics mitgebracht, unter anderem die ersten beiden Bände der Don Rosa Library zu Dagobert. Dann habe ich Alien 3, das alternative Drehbuch und natürlich den Manga Monster. So, mir egal, womit ich starten will, ihr könnt's vorschlagen. Ich habe dabei Seven to Eternity, die Reihe von, geschrieben von Rick Remender, gezeichnet von Jerome Opeña. Den ersten Band habe ich da gelesen, die erste deutsche Ausgabe. Dann habe ich noch dabei Vater Milch von Uli Oesterle und Tante Nonnon von Shigaru Mizuki. Die Breedstorm, was hast du? Ja, ich dachte, ich stelle mich jetzt auch mal ein bisschen breiter auf. Deswegen habe ich War and Peace mitgebracht. Das ist ein Cartoon-Band. Die Insel des Dr. Moreau. Und noch von Marvel, Punisher, Sowjet. Die ersten zwei Titel klingen so extrem literarisch. Und dann kommt Punisher dazu. Das breit aufgestellt hast du recht gut hinbekommen. Ja, das denke ich auch. Jo, wer möchte anfangen von euch? Wollen wir nicht erst mal mit dem Hörer-Feedback anfangen? Ach, stimmt. Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Nachdem wir ja beim letzten Monat, Folge 88, diese Neuauflage, diesen Neustart der Comic-Cookies gefeiert haben, haben wir ja auch ein bisschen Hörer-Feedback bekommen. Vorneweg natürlich noch, also ihr merkt, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, es ist wieder die gleiche Besetzung. Und im Hintergrund ist natürlich auch wieder der Andi vom Tele-Stammtisch mit dabei. Der jetzt auch sich bei dieser Folge erst mal wieder hauptsächlich um die Technik im Nachgang kümmern wird. Der aber auch mit dazu gehört und sicherlich dann eben auch in Zukunft auch in Folgen per Stimme zu hören sein wird. Ja, wie gesagt, wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Erst mal vielen Dank dafür natürlich. Immer gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn in Zukunft noch mehr Feedback kommt. Im Moment ist es zumindest noch so überschaubar gewesen, dass wir es auch noch vorlesen. Wenn wir mal 800 Zusendungen pro Folge bekommen, dann müssen wir es vielleicht anders regeln. Aber zum einen, die Sandra hat uns geschrieben und sagte, Hallo zusammen, habe gerade eure Reload-Folge angefangen und bin traurig, dass Steffen raus ist. Er würde es sich gut überlegt haben und natürlich kann ich es akzeptieren. Trotzdem vermisse ich ihn in der Runde. Freue mich aber, dass es jetzt weitergeht und auch bekannte Stimmen dabei sind. Trotzdem muss ich fragen, gibt es eigentlich keine Frauen in Frankfurt? Hätte es schön gefunden, wenn ihr die Chance genutzt hättet, hat sich vermutlich aber einfach nicht angeboten. Macht weiter so. Danke für eure Arbeit und liebe Grüße, Sandra. Ja, wie gesagt, vielen Dank erstmal für das Feedback. Es freut uns natürlich, dass Leute sich freuen, dass es bei den Comic-Cookies jetzt auch wieder regelmäßig weitergeht und da Comic-Besprechungen veröffentlicht werden. Zum Thema, was die Frauenbesetzung angeht. Ich habe auch mit Sandra so schon ein bisschen hin und her geschrieben zu dem Thema. Jetzt von meiner Seite aus ist es natürlich so, ich bin jetzt natürlich eine der Personen, die gefragt wurden, ob sie dabei mitmachen wollen. Das heißt, ich war in dem Entscheidungspressprozess, wer jetzt da bei der Neuerflagge mitmacht, natürlich insofern nicht beteiligt. Kann aber nur von mir aus sagen, ganz unabhängig jetzt von diesem Podcast, ich mache Podcasts gerne mit Leuten, die ich gut kenne. Also ich habe eigentlich die Podcasts, die ich bisher gemacht habe, immer mit Freunden gestartet. Einfach nur, weil wir uns sowieso so über diese Sachen unterhalten haben und dann gesagt haben, Mensch, da hätten wir eigentlich Lust auch draußen einen Podcast zu machen. Jetzt, klar, den Patrick kannte ich tatsächlich jetzt vorher so noch nicht, aber den Andi, den Breedstorm. Also ich fühlte mich da so in dieser Runde schon bekannt genug mit den Leuten, dass ich mir gedacht habe, das kann ein guter Podcast werden. Ich bin nicht so der Typ für so Casting-Bands, habe ich das dann mal genannt. Also einfach nur quasi auf Twitter rausschreiben, ich möchte einen Podcast machen, wer hat Bock da mitzumachen. Das machen andere Leute, das machen die auch gut und wahrscheinlich ist es auch für manche cool, da dann eben auch Leute mit gleichen Interessen kennenzulernen. Ich persönlich bin da nicht so der Typ dafür. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich kenne ich, ich kenne Frauen, die Comics lesen, aber erstens nicht gut genug. Zweitens, da kommt natürlich dann vieles zusammen, regelmäßig Comics lesen, über Comics reden wollen, das auch aufnehmen wollen, da auch regelmäßig dabei bleiben. Also ich möchte halt auch keinen Podcast starten, der dann irgendwie nach zwei Monaten nicht mehr läuft oder so. Damit meine ich jetzt nicht, dass das mit Frauen so läuft, sondern einfach eben, wenn man die Leute nicht wirklich kennt. Und von daher hat es sich jetzt, glaube ich, einfach eben in diesem Fall so ergeben, dass Menschen gefragt wurden, die der Steffen, der Breedstorm, der Andi halt kannten, von denen sie wussten. Die können podcasten, die haben Bock zu podcasten, die lesen Comics und haben Bock darüber zu reden. Da haben wir Leute beisammen, die, wo wir davon ausgehen, da kommt ein Podcast dabei raus, wie wir uns den vorstellen können. Es ist schon klar, wir sind hier so das komplette Klischee des weißen, mittelalten Mannes, der sämtlichen Normen entspricht und so keinerlei Repräsentation für irgendwelche anderen Gruppen mit vertreten ist. Das ist halt leider so. Breedstorm, hast du irgendwelche Gedanken zu dem Thema? Ja, wir waren ja tatsächlich, glaube ich, der erste deutsche Comic Podcast, der weibliche TeilnehmerInnen hatte, die keine Künstlerin waren. Also es gab natürlich den Z-Podcast, wo Naomi vorhin und so drin waren, aber das sind natürlich alles auch KünstlerInnen. Und wir hatten Oni dabei, klar, die hat auch einen Webcomic gemacht mit Oni und El und auch Feli, die, sage ich mal, jetzt keine Künstlerin waren, die du auf der Buchmesse gesehen hast oder sowas. Also das hatten wir durchaus schon. Es hat sich halt durch Umzüge etc. halt so ergeben, dass es halt nicht so ist. Aber wie gesagt, die Cookies waren von Anfang an eigentlich, ja, wir sitzen beieinander physisch und unterhalten uns halt. Und wie gesagt, ein Casting haben wir halt nicht gemacht. Aber das neue Konzept ist ja auch so ein bisschen, dass wir uns gerne auch wen dazuholen können, mit dem wir reden. Und da werden wir einfach mal gucken, wie sich das in nächster Zeit so ergibt. Also wir sind da nicht so, dass wir keine Frauen haben wollen. Wir sind eher so wie, es ist die Signierschlange und wir gucken uns um und sehen vor uns nur Männer und hinter uns nur Männer halt. Also wie gesagt, ich bin da zuversichtlich, dass wir da noch weibliche Beteiligung in nächster Zeit haben werden. Ich kann auch nur sagen, ich habe ja bei das alles auch häufiger mal Comicleute mit im Podcast gehabt in den letzten Jahren. Und da, also Künstler und Künstlerinnen, da haben wir immer eine, glaube ich zumindest, eine recht gute Mischung gehabt. Und das waren einfach immer nur Leute, die ich interessant fand, die ich angeschrieben habe oder die eben auch in Nürnberg greifbar waren, die wir also auch wirklich vor Ort einladen konnten. Aber da tatsächlich Frauen, Männer, non-binäre Personen, hetero, homo, da alles ein bisschen mit vertreten gewesen. Und ich habe mir aber auch schon überlegt gehabt, je nachdem natürlich, wie das Comic-Cookies-Format es anbietet und wie die anderen Cookies da so mitmachen, dass man natürlich in Zukunft eventuell solche Interviews auch mal über den Comic-Cookies-Kanal mit veröffentlichen kann. Und da würden wir uns natürlich in keinster Weise irgendwie beschränken auf irgendwelche, nur auf Männer oder so, sondern ganz breit. Also zum Beispiel haben wir auch hier in Nürnberg den Comic-Buch-Club, der hat jetzt die Woche auch mal wieder stattgefunden. Und das ist eine total breite Mischung an unterschiedlichsten Leuten, die da mit dabei sind. Und da rekrutiere ich dann auch eben hin und wieder mal Leute für eine Folge Podcast. Und ja, so als Gäste kann das natürlich dann gerne hier auch mit einfließen. Und kann natürlich immer auch sein, dass sich das in Zukunft irgendwie mal ergibt, dass sich da irgendwie auch mal eine engere Bindung herauskristallisiert, dass da jemand auch mal mehr Anschluss an den Podcast findet und regelmäßiger mit dabei ist. Muss man auch mal gucken. Ich persönlich finde es auch ganz gut, wenn der Stamm an Moderatoren nicht zu groß wird. Also dass der Hörer auch weiß, wen er oder die Hörerin auch weiß, wen sie erwarten können in der Folge. Und jetzt momentan haben wir eben diesen Stamm von vier Personen. Wie gesagt, ist jetzt halt leider tatsächlich so sehr, sehr, ich wollte schon sagen, fast monothematisch. Aber ja, wir hoffen, dass es inhaltlich trotzdem irgendwie interessant ist. Und es gibt ja auch noch andere Podcasts, die das anders abdecken. Und ja, aber vielen Dank für das Feedback zum Mal. Und dann haben wir noch eine zweite Nachricht bekommen. Die ist relativ lang. Ich versuche sie mit wenig zu haspeln vorzulesen. Vom Peter haben wir eine Nachricht bekommen. Hallo zusammen. Anlässlich eurer aktuellen Neustart-Episode möchte ich gerne etwas Feedback loswerden. Ich höre seit 2013 durchgehend euren Podcast und habe somit auch schon alle bisherigen Neuausrichtungen oder personellen Veränderungen verfolgt. Hauptsächlich möchte ich folgendes loswerden. 2014 hatte ich schon einmal per E-Mail etwas Kontakt mit dir, Steffen. Und du hast sogar mal einen Comic, den ich bei euch gewonnen hatte, in meinen Briefkasten gelegt. Nachdem Breedstorm nun verkündet hat, dass du die Cookies quasi abgibst, möchte ich dir von ganzem Herzen für viele Stunden mit toller Unterhaltung danken. In meiner Wahrnehmung als treuer Hörer warst du immer derjenige, der den Podcast organisiert und zusammengehalten hat. Und deinen Ausführungen habe ich auch immer sehr gerne zugehört, auch wenn ich selbst gar kein Disney-Fan bin. Den Running Gag, dass du nicht so viel gelesen hast, wie du eigentlich wolltest, kann ich auch nur allzu gut nachvollziehen. Es gehört wohl zum Hobby-Comics einfach dazu, dass der Lesestapel immer weiter anwächst und man einfach nicht dagegen anlesen kann. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass mich dein Ausstieg nicht völlig überrascht hat. Schon seit längerer Zeit hatte ich den Eindruck, dass ein wenig die Luft raus war, beziehungsweise so etwas wie ein roter Faden fehlte. Du hast vor einiger Zeit den Podcast POW empfohlen und sinngemäß gesagt, dass die Kollegen einen so tollen Job machen, dass man daneben kaum noch einen anderen deutschen Comic-Podcast braucht. Das war sehr ehrlich und selbstkritisch von dir und auch wenn ich euch weiterhin treu geblieben bin, glaube ich schon verstanden zu haben, was du damit sagen wolltest. Trotzdem wirst du mir sehr fehlen und von daher hoffe ich umso mehr darauf, dass du zumindest ab und an mal deine Kollegen unterstützen wirst, sei es als Gast oder in einer anderen Folge oder vielleicht mit einem Gastbeitrag. Und noch eine Frage betrifft deinen Ausstieg, auch die Etage 13, auch hier bin ich Stammhörer. Aber gut, das ist Steffens Abteilung, da wird er sicherlich geantwortet haben. Die Nachricht geht weiter. Nun noch ein paar Gedanken zur aktuellen Folge. Erstmal alles Gute für den Neustart an die derzeitige Besetzung. Insgesamt hat mir die Folge echt gut gefallen. Nachdem du, Breedstorm, dich in letzter Zeit etwas rar gemacht hast bei den Cookies, freue ich mich sehr, dass du nun regelmäßig dabei bist. Mit dir hatte ich bislang immer die meisten Überschneidungen, was den Comic-Geschmack angeht. So habe ich übrigens auch gerade die Geschichte des Marvel-Universums gelesen und ebenfalls für gut befunden. Ich würde sogar so weit gehen, dass es eine Art Standardwerk für Marvel-Leser und solche, die es werden wollen, ist. Gerade was diese ganzen kosmischen Zusammenhänge, Entitäten, Völker, Konflikte etc. angeht, bin ich nun endlich besser im Bilde, da ich in dem Bereich nur bruchstückhaftes Wissen hatte. Man kann halt nicht alles lesen bzw. gelesen haben. Die anderen Jungs kenne ich als Stammhörer natürlich auch schon etwas. Ich bin gespannt darauf, was euch so interessiert und was ihr vorstellen werdet. Ganz kurz zum Thema Lettering, das in der Folge aufgekommen ist. Auch ich muss mich dahingehend outen, dass ich es beim Lesen in den allermeisten Fällen gar nicht gesondert wahrnehme. Sorry an den Kumpel von Andi. Auf das Konzept der aktuellen Folge könnt ihr von mir aus gerne immer wieder zurückgreifen. Es ist natürlich umso interessanter, wenn mehrere von euch dieselben Titel gelesen haben, aber grundsätzlich kann ich auch ganz gut mit Monologen leben. Spannend finde ich ab und an mal Folgen zu übergreifenden Themen, wie zum Beispiel digitale Comics, aktuelle Geschehnisse und Veranstaltungen, sobald es diese hoffentlich wieder gibt. Zwei letzte Anmerkungen noch. Besteht die Chance, auch den Sepp mal wieder vor ein Mikro zu bekommen. Ich weiß, momentan sind die Ikea-Restaurants leider geschlossen, aber vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit. Wäre der Neustart nicht die ideale Gelegenheit gewesen, sich von dieser unfassbar nervigen Intro-Musik zu trennen? Viele Grüße, Peter. Breedstorm, was willst du zum Sepp und zur Musik sagen? Ja, Stammhörer wissen, dass ich mit dieser Musik auch lange Zeit nicht glücklich war, aber der Steffen hat sie jetzt ja sehr eingekürzt, also speziell dem Part der Do-Do-Do-Do-Do. Es ist tatsächlich nicht so meine Musik, ist ganz klar, aber es ist jetzt sehr kurz und ich denke, wir sind jetzt noch in einer Umbruchphase, vielleicht machen wir irgendwann was Neues. Momentan muss das alte Kurz-Intro aber noch ein bisschen herhalten. Wie gesagt, die Musik ist auch nicht so meins. Ich persönlich bevorzuge es eigentlich, wenn Podcasts keine Intros haben. Andere sagen wiederum, sie finden Wiedererkennungswert gut. Aber jeder kann es auch so machen, wie ich es mache. Ich skippe dann einfach zehn Sekunden vor und dann hat sich das ja meistens auch erledigt. Oder bei Das Alles zum Beispiel, da kann man einfach 30 Sekunden vor skippen. Ich habe da mit dem Breedstorm tatsächlich darüber gesprochen, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, haben wir uns so mal zwischendurch einfach mal unterhalten, so Konzept und all sowas. Und dann kam das auch zur Sprache und dann hat er das erzählt, dass er bei Das Alles die Musik auch immer was gibt. Und ich wollte auch bei Das Alles schon lange mal eine neue Musik. Das ist aber tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man selber nicht irgendwie Musik programmieren kann oder so oder toll aufnehmen kann. Aber seit er das gesagt hat, denke ich da auch drüber nach und denke mir auch so, ja okay, das ist schon ganz schön lang, was wir da haben. Und man kann das auch kürzer machen. Also so drei Sekunden würden ja auch reichen. Dann muss man nicht mal die zehn Sekunden über skippen. Und das ist sicherlich auch ein Thema, das für die Cookies angedacht ist. Also wir haben das auch schon drüber gesprochen. Es war natürlich nur jetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung zu unserer ersten Aufnahme vor einem Monat. Es gab da sehr viel zu organisieren. Wer ist dabei, wie wird es gemacht, wie läuft das technisch alles. Sich dann auch noch darum zu kümmern, irgendwie die Musik zu erneuern, hätte das Ganze dann nur weiter nach hinten verzögert. Also dann wäre die Pause noch länger gewesen. Wie gesagt, wir sind da jetzt leider alle nicht so die Typen, die coole Musikprogrammierer sind und sagen, ja kein Problem, hier ist die neue geile Intromusik. Und dann müssen sich halt mehrere Menschen auch darauf einigen, dass sie das dann gut finden. Das funktioniert auch in manchen Besetzungen besser und schlechter. Mal gucken, wie das bei uns wird. Aber ja, also das, klar, das hätte natürlich auch so ein bisschen akustisch den Neuanfang vielleicht ein bisschen eingeläutet. So ein bisschen eine frische, neue Intromusik, dass man weiß, okay, hier passiert jetzt was anderes. Aber wie gesagt, das war halt ein Thema, das da nicht reingepasst hat. Das war bei das alles, als wir zum Beispiel 2012 angefangen haben aufzunehmen, war das auch ein Thema mit der Musik. Aber Dirk und ich waren auch so, dass wir es nicht programmieren konnten und haben dann auch gesagt, also entweder fangen wir jetzt endlich mal an, diesen Podcast zu machen. Weil wenn wir jetzt darauf warten, bis wir endlich eine Musik haben, dann fangen wir irgendwie nie damit an und haben dann auch sehr, sehr lange keine Intromusik gehabt. Und dann erst irgendwann eine aufgenommen, als das tatsächlich mal jemand angemerkt hat, dass er das komisch findet, dass wir keine Intromusik haben. Und dann haben wir halt mal wirklich einfach nur mit der Gitarre vor das Mikro gesetzt und halt was gespielt, also wirklich während der Aufnahme. Und ja. Ja, also Akustikgitarre finde ich ja per se schon mal ganz gut. Das ist mir lieber als so ein Akapella-Stück. Aber wir werden sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, vielleicht hat der andere Andi vom Tele-Stammtisch noch irgendwelche Ideen. Der macht das ja ständig und sehr, sehr oft. Insofern gucken wir mal, was da wird. Ich habe mir einen neuen Gitarrenverstärker gekauft und habe jetzt schon mit vielen Sounds irgendwie rumgespielt und tatsächlich auch so ein bisschen rumgedudelt und auf der Suche nach so einer kleinen, kurzkündigen Melodie, die so als Podcast-Intro funktionieren könnte. Also wenn die anderen Jungs das auch gut finden, dann könnte da schon was passieren. Im Moment fehlt mir noch so ein bisschen die Verbindung zum Aufnehmen. Da gibt es gerade noch kein anstrengendes Mikro da oder Kabel. Aber an sich ist es nicht unmöglich, dass da was passiert. Zum Thema Sepp ist zu sagen, normalerweise hätten wir den schon wieder vorm Mikro gehabt, nämlich wenn der Comicsalon in Erlangen stattgefunden hätte. Denn traditionell ist der Sepp jemand, der analog nur aufnimmt mit mir. Also er ist nach eigenen Angaben der Low-Tech-Sepp. Deswegen würde es nicht möglich sein, dass wir den einfach jetzt mal elektronisch irgendwie zuschalten, sondern da muss ich schon immer in seiner Nähe sein. Und das war früher auch relativ einfach. Aber ab diesem Jahr wird es etwas schwieriger, weil der Sepp hat nämlich einen Status aufgegeben, nämlich seinen Status als langjähriger Junggeselle und ist in den Hafen der Ehe eingetreten. Und er hat wirklich Mainz verlassen und deswegen ist es etwas schwierig, ihn zu kriegen. Ich werde aber nochmal mit ihm telefonieren, ob wir das irgendwie mal wieder hinkriegen. Ich weiß nicht, vielleicht plant er ja zum Beispiel auch nächstes Jahr nach München zu kommen, so dass es denn stattfindet. Das ist alles noch ein bisschen ungewiss. Auch da muss man jetzt einfach mal gucken. Da können wir nicht genau sagen, dann und dann findet das statt, weil ich da wirklich nur telefonischen Kontakt halt mit ihm habe. Also telefonisch bedeutet dann auch per SMS, um den Low-Tech-Faktor nochmal ein bisschen zu unterstreichen halt. Zu Steffen hat mir eigentlich schon was gesagt. Der Steffen könnte durchaus mal wieder dabei sein. Das ist überhaupt kein Problem. Also sein Hauptanliegen war ja auch das Thema Schneiden halt. Und wie gesagt, ich denke, früher oder später wird irgendwer sowieso nicht, also wir werden nicht immer in dieser Besetzung da sein, weil zeitliche Probleme, Urlaub, was weiß ich. Und warum soll er da nicht dabei sein? Das Thema, man braucht keine anderen Podcasts neben Pau, hoffen wir natürlich ein bisschen jetzt durch neuen Elan auch wieder zu verändern. Also durch jetzt auch regelmäßige Veröffentlichungen und intensive Sprechungen und auch das Thema Monologe versus Comics, die wir gemeinsam besprechen. Ich glaube, wir haben da beim letzten Mal, zumindest aus unserer Sicht, eine ganz gute Mischung gehabt aus Comics, die jetzt eben nur jeweils einer gelesen hatte, aber die anderen vielleicht auch etwas dazu sagen konnten oder auch Themencomics, die wir alle gelesen hatten. Und auch heute, ein Comic, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, haben wir auch einen vorbereitet, den wir alle gelesen haben. Das ist der neue Mr. Kill, Mr. Kill Nummer 7. Und da, genau, den haben wir zu dritt vorbereitet. Da werden wir dann auch zu dritt eine kleine Diskussion dazu führen dann am Ende. Ja, also ich finde, also, das wäre genauso, als würde ich sagen, ich brauche nur einen Blog, der mich über Bücher informiert oder sowas. Weil es gibt hunderte, tausende von Comics, die interessant zu sehen sind. So viele Spielrichtungen, also gerade, sei es zum Beispiel im franco-belgischen Bereich oder auch Manga oder sowas, da alles für Spielrichtungen gibt. Und jeder hat ja auch sein eigenes Flair. Und da kann er sich dann aussuchen, wirklich jeder, was er möchte, ob es Pau ist, ob es Gikeriki, ob es Nerd, Nerd, Nerd ist. Es gibt so viele, die da in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und da kann sich jeder seinen Bereich raussuchen. Manchmal ist es natürlich auch angenehm, jemanden zu haben, der eine ähnliche Leseerfahrung hat wie man selber halt. Also wenn ich zum Beispiel gerade erst angefangen habe, Comics zu lesen, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich jemanden habe, der mir das auch vom Grund auf erklärt und vielleicht in einer ähnlichen Situation ist. Und so kann sich jeder raussuchen, was er möchte. Wollen wir dann mit den Besprechungen anfangen? Oder haben wir noch ein Thema vorneweg? Wollt ihr noch irgendwas erwähnen? Patrick, hast du noch was? Nee, und da ich nicht fürs Organisatorische zuständig bin, konnte ich jetzt zu den beiden genannten Sachen auch nicht viel sagen. Also gar nichts. Also nee, ich habe jetzt auch nichts vorwegzunehmen, außer dass jetzt nächsten Monat der Gratis-Comic-Tag ansteht und man da eventuell mal wieder die Comic-Läden frequentieren könnte. Wir haben das ja durch Corona jetzt alle erst mal die letzten Wochen ausgelassen und da kann man die jetzt endlich mal wieder unterstützen und mal nicht nur Amazon verdienen lassen, würde ich mal so als Appell sagen. Okay, dann wollen wir mit den Besprechungen anfangen. Patrick, deinen ersten Comic. Such dir einen aus und fang einfach an. Okay, dann nehme ich den ersten Comic, der auf dem Stapel ist, Alien 3. The Unproduced Screenplay. Der ist beim Dark Horse Comic erschienen. Also den gibt es nicht auf Deutsch. Und man hat hier eins der alternativen Drehbücher zu Alien 3 genommen. Jeder, der sich ein bisschen mit der Materie Alien 3 befasst, weiß, die Entstehungsgeschichte dazu war richtig chaotisch. Und es ist im Prinzip ein Wunder, dass dieser Film existiert. Hier hat man eben so eine Art Mittellösung gemacht. Also sollte Sigourney Weaver keinen Bock mehr haben, dass man da sich ein bisschen mehr an Hicks und an Bishop entlanghangelt. Weil Ripley verfällt recht schnell in diesem Buch in eine Art Koma und spielt dann keine größere Rolle mehr. Stattdessen haben wir es jetzt hier mit Space Marines zu tun, mit dieser Organisation aus dem ersten und zweiten Teil, die natürlich Experimente mit den Aliens macht. Und Hicks und Bishop kommen den Ganzen so ein bisschen auf die Schliche und versuchen mögliche Kollateralschäden zu verhindern. Es ist schön tentaklig, es ist schön creepy. Also man hat hier wieder schön viel Schleim. Man sieht hier mal wieder Hybriden. Und wäre das so umgesetzt worden, und man hätte sich auch ein bisschen mehr von Ripley auch trennen können. Weil für mich war das Problem jetzt an den letzten Alien-Sequels, dass mit dem Weggang von Ripley irgendwie die Luft raus war. Und man hat immer wieder versucht, so Ripley-Rip-Offs zu machen, die nicht immer wirklich gelungen waren, fand ich. Und da hat man sich da eben ein bisschen emanzipieren können. Wie ist der Comic so gestaltet? Also wie schaut er ausgezeichnet? Wie haben dir die Zeichnungen gefallen? Die Zeichnungen, die waren stimmig. Die Leute waren auch bis auf manche Zeichnungen wiederzuerkennen. Also Bishop war wiederzuerkennen. Newt war wiederzuerkennen. Und auch Hicks war wiederzuerkennen. Die Aliens natürlich auch. Ich fand das eine der besseren Alien-Comics, die ich gelesen habe. Ich habe jetzt nicht arg viele gelesen, aber ich fand das wirklich eine interessante Realität, die sie da geschaffen haben. Auch mit so Parallelen zum Kalten Krieg, dass das Alien quasi so diese geheime Waffe ist, von der man sich nicht trennen will, um diese sich dann teilweise bekriegen. Und ich finde, für Dark Horse-Verhältnisse ist es dann auch wieder am Ende schön mit einem Skizzenbuch, was man ja von Dark Horse wirklich gewohnt ist, von Hellboy und allen Dingern, die sie anpacken. Und dass du da so ein bisschen teilwirst, also ein bisschen siehst, wie ist das entstanden, was hatten die da für Ideen. Und dieses Drehbuch, das ist ja so beliebt, dass die das auch mit Lance Henriksen und Bill Paxton als Hörbuch nochmal gemacht haben, dass man dann bei Audible hören kann, während man den Comic liest oder vielleicht danach. Also ich finde das Ding schön atmosphärisch, aber sogar so ein Stück weit besser als das Original Alien 3, womit ich wahrscheinlich jetzt nicht auf viel Gegenliebe stoßen werde. Also soweit ich weiß, ist das also mittlerweile so eigentlich der meist gehasste Alien-Film. Das ist zumindest so die Wahrnehmung, die ich immer habe. Also das kommt aber viel aus der Horror-Ecke. Also ich finde das ein bisschen, also das ist der erste Alien-Film, den ich im Kino gesehen habe. Deswegen habe ich da so eine nostalgische Nähe zu dem Film. Und außerdem ist es einfach gut. Also damals kannte ich natürlich David Fincher noch nicht. Aber im Nachhinein, dadurch, dass es ein David Fincher-Film ist, finde ich den schon auch absolut spannend. David Fincher ist, glaube ich, so mein Lieblingsregisseur unter den lebenden Regisseuren. Aber so, was ich in den letzten Jahren wahrgenommen habe, tendieren Leute mittlerweile eher dazu, Alien 4 gut zu finden und nicht Alien 3. Und ich habe das Gefühl, das war früher mal anders. Aber das ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung vielleicht. Breedstorm, wie ist so deine Einstellung zu Alien 3? Hast du da irgendwie einen Bezug dazu? Ja, also wie gesagt, der erste ist für mich nach wie vor unerreicht, weil ich den sehr früh halt schon gesehen habe. Vielleicht ein bisschen zu früh. Und der hat sich einfach sehr eingebrannt. Da klingen die anderen, die danach sind, alle so ein bisschen abgehend. Weil da war das alles noch ein Mysterium. Und auch die verschiedenen Sachen, wo es mit dem Predator dann zur Sache geht oder sowas. Das ist alles, es trifft mich nicht mehr so sehr, wie als ich das als Kind gesehen habe, ganz klar. Deswegen ist der erste für mich unerreicht. Ich kann da jetzt mal dreist Eigenwerbung machen. Was ich dazu von diesen Filmen halte, da haben wir beim Tele-Stammtisch bisher zu Alien 1 bis 4 jeweils einen Podcast gemacht. Und ich finde, Alien 1 bis 4, da ist das schön, dass die wirklich, obwohl sie dasselbe Thema behandeln, jeweils den Stempel ihres Regisseurs haben. Und da auch die Regisseure machen durften, was sie wollten. James Cameron haut natürlich eine Action-Palette raus. Fincher geht ins Düstere. Und Joss Whedon macht natürlich etwas Comic-Hafteres, wo die Aliens dann sich wirklich fast schon im Scheinwerferlicht suhlen. Ich hatte dann wirklich mehr Probleme mit Alien Covenant, der mir das Ganze zu sehr erklärt hat. Da war ich dann irgendwie raus. Und da bin ich wirklich ein bisschen sauer, was Ridley Scott mit den Aliens da veranstaltet hat. Er ist jetzt nicht der Erfinder, aber er hat das Erscheinungsbild schon sehr geprägt. Und wie er das kaputt erklärt hat und noch kaputt erklären wird, da habe ich dann eher Probleme als mit Alien 3. Aber den Comic empfiehlst du für Alien-Fans? Vor allem jetzt, wo Disney diese Rechte da übernommen hat und man da vielleicht umstrukturiert wird. Ich würde sagen, kauft euch den Comic, bevor der vielleicht unter Umständen nicht mehr nachgedruckt wird. Okay, alles klar. Dann würde ich mal weitermachen. Und der erste Comic, den ich vorstellen werde, ist Seven to Eternity. Das erste Buch, der Gott des Flüsterns in der deutschen Auflage. Es erschienen bei CrossCult, im Original bei Image. 2017, geschrieben von Rick Remender, gezeichnet von Jerome Opeña, Farben von Matt Hollingsworth, Lettering im Original von Russ Wooten. Übersetzung von Annika Klapper, Lektorat Philippe Tavares und Redaktion Sarah Weisbeck. Ich habe jetzt Lektorat und Redaktion auch mitgenannt, weil mir aus dem Impressum nicht klar wurde, wer davon das Lettering gemacht hat. Deswegen vielleicht jemand von diesen Menschen. Aber ich kann es nicht zu 100% sagen. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß ja, dass ich da jetzt gerade so ein bisschen Rick Remender aufhole, so ein paar Sachen gelesen habe, in der letzten Folge eben Black Science and Low vorgestellt. Und dann habe ich mir direkt einfach mal den ersten Band von Seven to Eternity geholt. Ich fand, das klang ganz interessant. Das ist eine Fantasy-Geschichte, aber nicht im Sinne so der klassischen High-Fantasy mit Orks und Elfen, also nicht so aus der Herr-der-Ringe-Ecke, sondern es hat einen sehr eigenen Look. Es sieht ein bisschen nach Science-Fiction sogar auch aus, was so Monster und Waffen und Effekte und so angeht. Aber es ist eben keine hochtechnologisierte Welt. Also es ist so vom Storytelling und vom Worldbuilding eine Fantasy-Geschichte mit, ich sage mal, mit visuell zumindest Science-Fiction-Elementen. Ich lese einfach mal kurz die Kurzzusammenfassung auf der Cross-Cult-Seite vor. Die Spione des Gottes, des Flüsterns, sind überall und sie verbreiten im gesamten Königreich Angst und Argwohn. Adam Osidus, ein dem Tod geweihter Ritter aus einem in Ungenade gefallenen Haus, muss sich entscheiden. Soll er sich einer hoffnungslosen Gruppe Magier in ihrem verzweifelten Kampf gegen das Böse anschließen oder nimmt er das Versprechen des bösen Gottes an, ihm all das zu geben, was sein Herz begehrt. Die Welt ist eben unterdrückt, unterjocht durch diesen Gott des Flüsterns. Und die Familie Osidus gehört einem älteren Rittergeschlecht oder so an. Die haben sich zurückgezogen, die leben ein bisschen abseits, haben sich nicht unterwerfen lassen und verstecken sich. Aber wie es natürlich immer so ist, irgendwann holt sie das Ganze natürlich ein. Sie werden entdeckt. Und dieser Gott des Flüsterns heißt so, weil seine Macht bezieht sich daraus, dass er allen Menschen, Schrägstrich Wesen in dieser Welt, Versprechen erfüllen kann oder Wünsche, Bedürfnisse erfüllen kann. Er unterjocht sie nicht zwingend militärisch, sondern er flüstert ihnen quasi so ihre tiefsten Wünsche ein und sagt, ich kann dir das erfüllen. Du musst mir dann halt quasi einfach nur danach dienen. Und in der Familie Osidus heißt es also dann immer so, ja, wenn ihr so die Vasallen des Gottes trefft, dann dürft ihr einfach nicht zuhören. Ihr dürft euch das Angebot nicht anhören, weil das Angebot natürlich immer so verlockend ist, dass man das quasi sehr schwer abschlagen kann und damit dann sich mehr oder minder der Leibeigenschaft übergibt. Der Protagonist Adam Osidus findet also raus, er hat eine Krankheit. Er wird weiter nicht überleben, aber er möchte natürlich seine Familie schützen und trifft dann, zieht aus um, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was der eigentliche Plan ist, aber es geht eben darum, die Familie zu schützen und dass man eben nicht sich dem Gottesflüsterns hingeben muss und trifft dabei dann eben auch verschiedene andere, die den Gott bekämpfen und trifft auch auf den Gott. Der wird dann tatsächlich sogar gefangen genommen und hört auch das Angebot. Und die Frage ist jetzt dann im Laufe der Geschichte, wird er das Angebot annehmen oder nicht? Ich habe ein Interview mit Rick Remender gelesen, wo er gesagt hat, dass so sein Impetus für diese Geschichte war das Thema Kompromiss. Er sagt, jeden Tag in jeder Menschenleben muss man immer wieder Kompromisse eingehen und sich für irgendwelche Dinge entscheiden. Und das war ein Thema, das er da mit verhandeln wollte. Wie wird sich dieser Protagonist entscheiden? Welche Kompromisse wird er eingehen? Fällt seine Entscheidung in die eine oder andere Richtung aus? Und das ist so das Hauptthema der Geschichte. In diesem ersten Band sind die ersten vier Kapitel enthalten. Soweit ich das jetzt gelesen habe, sind mittlerweile mehrere Bände raus. Ich weiß also nicht ganz genau, wo die erste Geschichte endet in dem Interview. Das war zu dem Zeitpunkt, als der Comic gerade neu war vor drei Jahren, hat er gesagt, so der erste Arc, die erste Storyline hat sich, glaube ich, so zehn bis zwölf Hefte oder irgendwie so gezogen. Und danach geht es aber weiter. Also zu dem Zeitpunkt hat er gesagt, dass es als fortlaufende Serie angelegt ist. Ich weiß nicht, wo da der aktuelle Stand ist, ganz ehrlich gesagt. Über diesen ersten Band hinaus kann ich da also jetzt nichts Aktuelleres zu dem Comic sagen. Visuell hat mir der Comic ziemlich gut gefallen. Also ich mochte diese Welt und die Wesen, die Character Designs, diese Fantasy-Welt mit Science-Fiction-Optik ein bisschen. Das ist zeichnerisch sehr gut umgesetzt von Jérôme Opeña und auch die Farben von Matt Hollingsworth. Wer sich erinnert, auch wieder von letztem Monat. Ich habe bei Matteo Scalera und auch bei Sean Murphy darüber geredet, dass ich gerne so Zeichner mag, die so einen Cartoon-Einschlag auch mit drin haben. Das ist hier jetzt nicht so sehr der Fall. Ich glaube, das ist ein relativ realistischer Zeichenstil. Mich hat es ein bisschen an Gary Frank erinnert, zumindest soweit ich mich an Gary Frank aus alten Midnight Nation-Tagen erinnere. Das ist mittlerweile auch schon sehr lange her, aber als ich den damals gelesen habe, in meiner Erinnerung hat es so ein bisschen ähnliche Züge. Was auffällig war, es hat was Europäisches, so in dieser Fantasy-Welt und die Art, wie es erzählt. Das fand ich jetzt ein ganz interessantes Interview, das ich mit Remender gelesen habe. Da sagt er das tatsächlich auch selber dann, dass so die Einflüsse hauptsächlich waren, französische Heavy Metal, Möbius, Hororowski, dass so diese französische Fantasy-Comic der Einfluss, Haupteinfluss für diese Geschichte war und eben weniger klassische Tolkien-Fantasy oder Game of Thrones-Fantasy oder sowas. Und das ist tatsächlich was, was mir beim Lesen auch aufgefallen ist, dass es da einen relativ europäischen Einschlag hat. Das fand ich auch gut. Was mich nicht so richtig gehalten hat, das ist jetzt dann so mein Kritikpunkt an der Serie oder mein persönlicher Eindruck von der Serie, der mir es ein bisschen schwer gemacht hat, sofort zu sagen, ich finde das super. Ich fand es ein bisschen träge erzählt und relativ reich an Worten. Der Comic geht damit los, dass man erstmal zwei Seiten am Prosa-Text aus dem Tagebuch des Protagonisten hat. Rick Remender sagt, das ist etwas, was er mittlerweile in vielen seiner Comics macht, was er gerne macht, was er immer mehr einsetzt, weil er das gut findet, so Prosa und Comic miteinander zu verbinden und sagt, ja gut, wer halt keine Lust hat, eine Seite Prosa zu lesen, für den sind die Comics dann halt eben nicht. Aber das sind halt so Leser, die er gerne möchte, die eben auch mal Prosa lesen. Mir persönlich fällt es jetzt nicht schwer, Prosa zu lesen. Ich habe aber häufig ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man das in Comics einsetzt und wenn man es da nicht so dolle macht. So kommt es mir zumindest häufiger mal vor. Also ich finde, so Prosa-Texte werden häufig dafür benutzt, Infodump zu veranstalten, es ist einfach, sich mehrere Seiten Comic zu sparen, indem man Seiten an Text irgendwie reintackert. Ich fand es jetzt nicht so elegant. Das kann man elegant machen, das kann man wenig elegant machen. Ganz viele Menschen haben damit sicherlich überhaupt kein Problem. Mir ist es ein bisschen schwer gefallen. Und dann aber auch im Comics selber sehr viel Erzähltext. Das ist auch was, was mir nicht so sehr liegt. Ich mag Comics sehr gerne, die hauptsächlich mit Dialog und Bild die Geschichte erzählen und nicht so sehr mit Erzählboxen. Sei es denn als Ich-Erzähler oder auch als Eher-Erzähler. Also lieber ist es mir, wie gesagt, wenn möglichst nur über Dialoge oder eben auch im Bild die Geschichte erzählt wird. Ich habe durch das erste Kapitel bin ich so ein bisschen durchgewabert. Das war okay. Am zweiten hat die Geschichte Fahrt aufgenommen. Da war ich dann auch dabei. Da hat es mir auch wirklich gut gefallen. Da hatte ich den Eindruck, okay, jetzt geht es voran. Und dann ging es aber mit dem dritten Kapitel und dem vierten Kapitel hat das Ganze auch wieder so gestoppt, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist der Schwung auch irgendwie raus. Die Geschichte kommt irgendwie so zum Stehen. Es sind ganz viele Figuren, die irgendwie so ums Lagerfeuer sitzen und reden. Aber irgendwie hat es mich da dann auch wieder ein bisschen verloren gehabt. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich, also ich hatte den Band aus der Bücherei ausgeliehen und ich kann mir schon vorstellen, dass ich bei Gelegenheit mir auch den zweiten Band mal hole und da mal weiterlese und gucke, ob die Geschichte für mich da auch wieder mehr Fahrt aufnimmt. Ich war heute in der Bücherei, habe den zweiten Band noch nicht mitgenommen. Ich habe mir andere Comics ausgesucht. Also so stark war mein Drang, jetzt dann eben offensichtlich nicht da zu sehen, wie es weitergeht. Also ich bin da so ein bisschen in so einer Zwischensituation mit dem Comic, dass ich sehr viel Schönes daran fand, hauptsächlich was die Optik angeht. Aber er mich erzählerisch eben nicht so weit gefesselt hat, dass ich hinterher gesagt habe, das war ein tolles Buch. Ich möchte auch sofort nach Möglichkeit den zweiten Band lesen. Patrick, hast du Seven to Eternity gelesen? Nein, ich müsste generell mal was von Rick Remender lesen. Ich habe von ihm nur Gotham Central gelesen, aber so wie du das schierst, klingt das auch von den Textboxen her sehr, als wären da richtige Exposition-Bomben. Und da bin ich dann auch immer so, ja, ich habe es gern, wenn es die Atmosphäre unterstützt. Zum Beispiel wie bei Watchmen, da haben sie ja auch immer wieder so Einblendungen, zum Beispiel über den Black Friday und sonst was. Aber das macht ja auch mehr Worldbuilding. Also diese ganzen Artikel, die sie da einstreuen, das befeuert das Worldbuilding. Aber hier klingt das wirklich so, als hätten sie da was vergessen zu erklären. Also macht er dann jetzt zwei Seiten Prosa, um dann hier die Info einzustreuen, die er vielleicht möglicherweise davor vergessen hat. Also so ein bisschen Lazy Writing. Ich glaube, du hast gerade was verwechselt. Rick Remender hat nicht Gotham Central geschrieben. Gotham Central waren Greg Rucker und Ed Brubaker. Ich glaube, das ist auch schon länger her. Rick Remender kam, glaube ich, ein bisschen später. Aber ich glaube, für DC hat er, glaube ich, gar nicht geschrieben. Der hat ein paar Sachen für Marvel gemacht an Kenny X Forrest oder irgendwie sowas und ein bisschen Captain America. Ich bin da nicht komplett fit. Aber ja, also Greg Rucker und Ed Brubaker waren Gotham Central. Oh, verdammt. Kein Problem. Breedstorm, hast du mal bei Seven to Eternity irgendwie reingeguckt oder was? Nee, wie gesagt, unsere Bücherei führt solche exklusiven Sachen leider nicht, dass ich da, aber ich würde mir mal eine Leseprobe oder sowas ziehen, dass ich da mal reingucken kann. Weil Fantasy-Themen finde ich eigentlich schon immer recht spannend und ja. könnte was. Ich habe es ja auch in der letzten Folge gesagt, bei den meisten Serien kann man ja auf der Image-Website das erste Heft zumindest als Leseprobe komplett lesen. Das ist wahrscheinlich auch bei Seven to Eternity der Fall. Das habe ich jetzt diesmal nicht geguckt. Bei Low hatte ich das ja gemacht. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, einfach mal das erste Heft zu lesen auf der Image-Webseite. Braucht man eine Bücherei, die was anderes hat als bei uns zu erzählen, Jan? Ja, ich war jetzt heute mal wieder in der Nürnberger Bibliothek und habe mir da so die komplette Comic-Abteilung angeschafft beziehungsweise so die drei Comic-Abteilungen, weil es gibt so die in der Erwachsenen-Bibliothek die Abteilung und dann gibt es in der Jugend-Bibliothek die Abteilung und dann gibt es in der Kinder-Bibliothek die Abteilung. Also Comics sind da so ein bisschen verteilt. Habe mir ein bisschen Überblick verschafft und mir ein paar Sachen geholt und da werde ich sicherlich in Zukunft auch öfter mal was ausleihen. Da sind schon einige Sachen dabei, die mich auch interessieren. Aber egal, nächstes Thema. Breedstorm, was möchtest du als erstes vorstellen? Ja, das wäre dann War and Peace, also nicht Krieg und Frieden, sondern Krieg und Erbsen, wenn man es genau übersetzen würde. Und der Untertitel des Bandes heißt Von Hexen und Menschen. War and Peace ist ein Webcomic, über den ich vor einigen, ja weiß ich nicht, Jahren wahrscheinlich schon auf Twitter gestolpert bin. Und ja, es gibt verschiedene Hauptfiguren, die, da gibt es die auch auf dem Cover abgebildete Hexe, die ist immer so ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, sie betitelt sich selber als sexy Bitch mit ihrem Freund, der ein Vampir ist. Es gibt aber auch weitere Hauptfiguren wie einen neurotischen Roboter, der seine Schöpferin liebt. Es gibt ein schwules Pärchen. Es gibt den Geist eines toten Hundes. Das hört sich jetzt alles sehr verworren an und diese Figuren interagieren auch nicht großartig miteinander. Ja, also es sind immer so kleine vier Panels in einem Cartoon und die Serie zeichnet sich dadurch aus, dass er wirklich bitter, böse und schwarz ist. Also das passieren sehr, sehr fiese Dinge und das ist genau das, was ich liebe. Das wie gesagt, auf Twitter und auch auf den anderen sozialen Medien ein riesiger Erfolg gewesen, so dass Panini jetzt irgendwann gesagt hat, ja, an den Erfolg knüpfen wir doch gerne an und haben einen schicken Hardcover-Band rausgebracht und zwar für 19 Euro. Das ist dieselbe Größe wie, glaube ich, die von Daniela Schreiter, die Sachen oder so. Also wirklich hochwertig gemacht mit Spotlack auf dem Cover und ja, für wen ist der Band? Also um die Cartoons zu lesen, braucht ihr diesen Band nicht, weil die haben eine Homepage und da sind die ganzen Sachen, wie auch bei anderen Webcomics sind da enthalten, sondern das ist eher wieder der Weg, der sagt, ich liebe das so sehr, dass ich das zu Hause stehen haben möchte und zwar möglichst hochwertig. Es sind immer auf einer Seite, ist immer ein Cartoon beziehungsweise es gibt auch manche, die gehen über eine Doppelseite, was ich schon fast ein bisschen als Platzverschwendung sehe. Wenn mehr als die Hälfte der Seite weiß ist, weiß ich nicht, aber wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass du sagen willst, ich möchte einen günstigen Band machen, sondern du willst einen geilen Band machen und das haben sie hier definitiv geschafft. Ich dachte anfänglich auch, das wäre eine amerikanische Sache oder eine britische, aber das ist von zwei Menschen, die im Saarland leben und zwar von Elisabeth Pich und Jonathan Kunzmann. Die zwei haben sich im Saarland auf einer Kunstuni kennengelernt und eine ihrer Dozentin war Barbara Jellin und die hat dann gesagt, mach doch mal einen Webcomic und damit sind sie dann auch rangegangen und mittlerweile gibt es auch eine englische Version zu diesem Hardcover-Band beim anderen Verlag erschienen und es gibt Merchandise und sie haben glaube ich auch einen Deal mit einer amerikanischen Postkartenfirma, also wo auch noch ein bisschen Kohle dafür reingeht. Also ich denke, das ist was, was ich schon durch die tausenden von Followern, die sie in den sozialen Medien haben, sehr hoch gespielt hat und im Prinzip ist es das gleiche wie bei der Warmworld-Saga, du holst dir das, weil du das wirklich schön kompakt zu Hause haben möchtest und ja, es ist natürlich auch was zum Verschenken, wenn ihr jemanden kennt, der einen sehr, sehr fiesen Sinn für Humor hat, dann ist es glaube ich auch genau das Richtige. Ihr beide kanntet das ja noch nicht, habt ihr mittlerweile Weile mal reingeguckt in den Webcomic? Ja. Ich liebe zu, nein. Aber Patrick, okay, Patrick, sprich drüber. Ja, ich habe reingelesen und ich habe gemerkt, ich werde da am Ball bleiben, also ich habe da mehrmals schon sehr, sehr geschmunzelt, mein Humor trifft es, also hast du wirklich die gute Einschätzung getroffen, das ist für Leute, die bösen Humor mögen, auf jeden Fall und das sind eben wirklich nur so vier Panels, da kann man dann öfter mal reinschauen. Da bin ich jetzt auch die Wochen immer wieder mal am Ball geblieben, also ich würde sagen, das ist auch für Leute, die dann diese Künstler dahinter unterstützen wollen und die dafür so ein bisschen bezahlen wollen, weil die verpflichten es ja für umsonst und so kannst du denen auch so ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen. Solche Bücher sind ja auch immer prima zum Verschenken und aufs WG-Klo legen, ne? Ich würde auch sagen, das ist wie bei Das Leben ist kein Ponyhof, das kannst du ja auch im Netz lesen, weil wenn du die Sarah Burini unterstützen willst, dann hast du jetzt entweder bei der letzten Kickstarter-Kampagne mitgemacht oder hast du ja dann auch die Bände, die dann rauskamen, gekauft. So für dieses Klientel würde ich das empfehlen. Ganz genau so ist es. Ich glaube, also es sieht auch sehr technisch aus, also es sieht mir nicht unbedingt handgezeichnet aus, was ich hier immer so vorfinde. Ich würde die Leute wirklich gerne mal auf einer Convention oder sowas sehen, um zu sehen, ob die wirklich sowas auch sketchen können oder sowas, wenn du so ein Band vorlegst. Also das wäre noch so ein Wunsch von mir. Naja. Okay. Patrick, was wäre denn dein nächster Band? Dann mache ich weiter mit dem Stapel und gehe jetzt an den Manga Monster von Naoki Urasawa. Also das ist ein Band, der jetzt in einer Perfect Edition erscheint regelmäßig. Das sind jeweils Doppelbände. Es wird zehn davon geben. Vier sind davon bisher erschienen und es geht darum, dass in Ach ja, und es ist von Kaisen Manga natürlich. Die Bände kosten so circa 20 Euro. Ist ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man überlegt, dass da ein Band so circa 400 Seiten hat. Es geht um den Chirurgen Kenzo Tenma. Der ist im Jahr 1986 in einer Klinik in Düsseldorf und sein Leben läuft ganz gut. Er ist mit der Tochter vom Chefarzt zusammen. Er hat eine ziemlich beispiellose Karriere hingelegt und dann kommt dieser ein schicksalshafte Tag. Der Bürgermeister wird mit einer Embolie eingeliefert und nebenbei wird auch ein kleiner Junge eingeliefert, der mit einer Schusswunde, also er hat eine Pistolenkugel im Kopf und er muss sich jetzt ganz schnell entscheiden, wen operiert er. Er entscheidet sich für den Jungen. Der Bürgermeister stirbt, seine Karriere geht komplett den Bach runter, also er ist jetzt wirklich der letzte Arsch, seine Frau verlässt ihn und alle machen ihm das Leben zur Hölle und dann kommt raus, dass Jahre später dieser Junge, den er gerettet hat, er hat sich zu einem Serienkiller entwickelt und den will er jetzt natürlich stoppen und so geht dann eine große Odyssee los und bei der er auch von einem neurotischen Detektiv gejagt wird. Gleich vorweg, das ist so einer meiner Lieblings Mangas und Animes, einfach weil das so richtig schön klassische Krimi-Kost ist. Also du hast hier sehr viele graustufige Charaktere, also wirklich keiner davon ist wirklich so der große Strahlemann, die sind alle nachvollziehbar greifbar, sogar dieser Mörderjunge, der Johann, auch von dem das Motiv versteht man dann irgendwann und man folgt nicht durchgehend den Dr. Tenma, man hat hier wirklich so eine Gewaltspirale, in die man reingeraten ist, manchmal beschäftigt man sich mit dem Detektiv, der ermittelt dann teilweise mit der Ex-Frau, die ihm irgendwie das Leben zur Hölle macht und alle diese Leute werden durch diesen Johann irgendwie beeinflusst und diese Jagd die zieht sich eben durch viele große Teile von Deutschland also gerade als deutscher Leser wirst du hier wiedererkennungswert haben du bist hier im Frankfurter Hauptbahnhof du bist in Offenbach dann in Düsseldorf in Werheim und so und diese Orte sind schön wieder zu erkennen dann hast du auch teilweise so Verhör Situation also angelehnt an so reale Fälle jeder der Mindhunter auf Netflix gesehen hat kennt vielleicht diesen kannibalistischen nekrophilen Edmund Kemper auch auch da haben die dann Verhöre und so eingebaut und also jeder der sich so ein bisschen mit Krimi und Psychologie befasst wird da einige Sachen auch wiedererkennen nicht nur diese Deutschland Details sind gut sondern auch diese Psychologie und es fühlt sich nicht zu lang an immer wenn man denkt oh jetzt kann es langweilig werden dann springt man zu einem anderen Charakter und beleuchtet das und zeigt dann das Ganze aus einer anderen Perspektive und ich hab den Anime damals auch fertig geschaut war davon dann recht angetan und lese trotzdem noch die Manga Reihe regelmäßig also wenn sie erscheint weil es so viele Details gibt die ich dann teilweise schon wieder vergessen habe und die ich dann aus einer anderen Perspektive sehe oder dann das Puzzle besser zusammensetzen kann das ist ein richtig schönes weitestgehend realistisches Krimi Stück das dann für Leute der psychologischeren Manga Unterhaltung geeignet ist Hast du noch was anderes von Urasawa gelesen? Ja ich hab The Lost Boys so die ersten vier Bände gelesen Ist das was anderes als 20th Century Boys? Ja 20th Century Boys war das ja 20th Century Boys war abgedrehter auch detailliert aber Monster bleibt da weitestgehend realistisch und 20th Century Boys hat da einen sehr sehr abgedrehten Humor ich will jetzt nicht sagen dass es bei Monster nichts zu lachen gibt da hast du teilweise richtig schön absurd böse Momente die der Situation geschuldet sind aber ich würde es jetzt nicht so sehr mit 20th Century Boys vergleichen weil 20th Century Boys ist eben doch deutlich slapstick lastiger und abgedrehter ich hab noch nichts von ihm gelesen also ich hab den ersten Band 20th Century Boys entweder mal angefangen oder vielleicht auch komplett gelesen das weiß ich nicht mehr das ist schon einige Jahre her aber Uro Sabas auf jeden Fall einer dieser Mangaka die mich auch noch interessieren der sehr sehr spannende Projekte macht der ich glaube soweit ich das einschätzen kann ich bin jetzt nicht super tief in der Manga Szene drin aber der schon ein bisschen moderner Klassiker ist aber anscheinend als er aufgekommen ist auch so ein bisschen ein Umbruch Manga war ein bisschen fast glaube ich schon ein bisschen so ein Revoluzzer irgendwie ich kann es nicht so komplett einschätzen was ich von ihm noch so kenne ist er hat ja so eine Fernsehreihe gemacht so eine Dokumentationsreihe namens Manben findet man auf YouTube die japanischen Folgen mit englischen Untertiteln das ist quasi eine Reality-Serie er besucht andere Mangaka also beziehungsweise erstmal ein Kamerateam begleitet einen Mangaka pro Folge bei der Produktion eines Kapitels meistens für ein bis mehrere Tage wird die Person eben im Studio gefilmt wie dieser Manga entsteht und dann hinterher setzen sich Urosawa und die jeweilige Person zusammen und gucken sich dieses Material an also dieses Filmmaterial und sprechen darüber sprechen also über den Arbeitsprozess also ein Mangaka spricht mit einem anderen Mangaka über den Arbeitsprozess des jeweiligen super interessant ich habe einige Folgen davon angeschaut also wer sich dafür für Manga interessiert und für den Entstehungsprozess kann man das auf YouTube mal googlen Manben also ich mag zum Beispiel Inyo Asano sehr gerne von dem gibt es auch eine Folge da und es ist ein bisschen dadurch dass es japanisch mit englisch Musik ist wenn man jetzt nicht japanisch spricht ist es natürlich immer ein bisschen so das Problem man will einerseits sehen was gemacht wird oder will auch die Zeichnungen sehen und so muss aber gleichzeitig Untertitel lesen ist mit dem Auge immer ein bisschen so hin und her switchen aber ist eine coole Sache und eben auch noch so ein Projekt das Ursula neben seinen eigenen Comics auch noch mit macht Breedstorm hast du Erfahrung mit Tatsächlich nein also ich weiß dass es ihn gibt aber sonst weil die genannten sehen da haben mich einfach nicht thematisch angesprochen also ich lese schon gern Mangas aber die die ich lese haben dann meistens auch einen europäischen Touch irgendwie er jagt den ja durch halb Europa also nicht nur durch Deutschland aber Deutschland ist ja zu 95% der Handlungsort ja es geht mir dabei nicht um die Gegenden es geht mir eher um die Erzählweise und die Darstellung auch also für mich ist es tatsächlich je weniger klassisch Manga es ist umso interessanter wird es für mich ach okay gut dann stelle ich mal den nächsten Comic vor ich habe heute auch eine eine Mischung an verschiedenen Comics aus verschiedenen Regionen der Welt jetzt habe ich mal einen deutschen Comic dabei und zwar den neuen Comic von Uli Oesterle namens Vatermilch Buch 1 die Irrfahrten des Rufus Himmelstoß ist erschienen bei Carlsen in diesem Jahr 2020 und nach der Information hinten im Buch ist es Buch 1 von 4 also Uli Oesterle sitzt soweit ich weiß jetzt schon daran die Produktion des zweiten Bandes voranzutreiben Uli Uli Oesterle habe ich ich glaube wahrscheinlich als der erste Hector Umbra Band damals bei Ich müsste lügen Edition Moderne oder einer dieser Verlage erschienen es zunächst im Albumformat und dann später gab es diese Komplettausgabe bei Carlsen ich glaube mit diesem ersten Hector Umbra Band habe ich ihn das erste Mal so richtig wahrgenommen und dann auch ein paar ältere Comics von ihm gelesen das ist also einer der deutschen Zeichner die ich seit Jahren im Blick habe ich mag seine Arbeit total gerne für mich ist er einer der interessantesten Zeichner in Deutschland er war sehr sehr früh einer der Zeichner wenn ich die Geschichte richtig erinnere er hat für Hellboy frühe Hellboy Ausgabe so ein Pin-up gemacht die vielleicht sogar Mike Mignola sich hat schicken lassen oder gekauft hat oder irgendwie sowas da bin ich jetzt nicht mehr 100% wie die Geschichte ging oder zumindest gutes Feedback gegeben hat oder irgendwie sowas also und wenn man Hector Umbra gelesen hat kann man das auch durchaus sehen dass Uli Oesterler da auch so einen gewissen Einfluss hat so aus dieser Mignola Sin City frühe was heißt frühe aber so 90er Jahre Dark Horse Comics Ecke auch irgendwie hat also einen Stil den ich sehr sehr gerne mag Hector Umbra hat ein bisschen eine verschwurbelte Story aber finde ich einen sehr sehr coolen Zeichenstil also Oesterler mag ich daher gerne von daher war ich sehr gespannt jetzt ist schon länger kein Langcomic von ihm rausgekommen gewesen natürlich klar wie die meisten deutschen Comiczeichner verdient er sein Geld mit anderen Arbeiten als mit Comics und hat eben jetzt diese sehr persönliche Geschichte namens Vatermilch vorgelegt das ist eine fiktionalisierte Version seines eigenen Lebens beziehungsweise eines Teils seines eigenen Lebens die Geschichte seines Vaters und aber auch seiner selbst der Comic handelt davon dass der Protagonist der nicht Uli Oesterle heißt aber eben eine fiktionalisierte Version von Uli Oesterle ist und zwar namens Victor die Nachricht bekommt dass sein Vater verstorben ist sein Vater zu dem er seit vielen Jahren keinen Kontakt hatte von dem er nicht wirklich wusste wo der abgeblieben ist und wie es ihm geht und was der macht also er fährt eben von dem Tod seines Vaters und dann wird auf einer anderen Zeitebene also Comic beginnt 2005 mit dieser Nachricht und dann wird zurückgesprungen in die 70er Jahre und es wird die Geschichte seines Vaters erzählt in München Rufus Himmelstoß ist Vertreter für Terrassen Jalousien Sonnenschutz und ein rechter Lebemann der das sauer verdiente Geld mit Glücksspiel Drogen Alkohol Feiern durchbringt bei seinen Vertreterausflügen sich auch gerne mit den Kundinnen verlustiert zu Hause Frau und Kind sitzen hat aber es da auch mit der Treue und der Vaterpflicht nicht so ernst nimmt und ein rechter Halodri ist möchte man sagen und dann erzählt der Comic eben so auf zwei Zeitebenen die Geschichte des erwachsenen Sohnes wie er selbst so Familie gründet seine Vaterrolle irgendwie sieht versucht irgendwie als Vater es anders zu machen als sein eigener Vater und dann eben auf der anderen Zeitebene zurück erzählt wird in den 70er Jahren wie sein eigener Vater dann das Zuhause auch verlässt einen Unfall verursacht einen tödlichen Unfall verursacht untertaucht als Obdachloser lebt und wie gesagt der Comic ist jetzt nur der Beginn einer vierteiligen Geschichte also von daher kann ich euch jetzt noch nicht irgendwie selbst wenn ich wollte könnte ich euch noch nicht spoilern wie der Comic im Endeffekt ausgehen wird es ist für mich es war einer der besten Comics die ich seit langem gelesen habe es ist schon einige Wochen her dass ich ihn gelesen habe als er frisch rauskam im Juni oder so so rundum kurz vorm Comics so lange Termin war das glaube ich ich habe den glaube ich in einer Sitzung durchgelesen als erzählerisch sehr sehr schön gemacht und vor allem auch zeichnerisch hat Uli Oesterle da für mich wieder eine neue Ebene auch erklommen also er sieht nicht so aus wie Hector Umbra also natürlich klar man erkennt schon den Oesterle Stil aber er hat sich weiterentwickelt der ist irgendwie noch noch mehr verfeinert finde ich der Comic ist nicht nicht bunt aber er spielt mit verschiedenen Farben also die einzelnen Zeitebenen so die die 70er Jahre haben so ein bisschen eine Grau Färbung die 2000er Jahre sind dann so etwas bläulich gestaltet also die Ebene wo man dann so die die Geschichte des Sohnes erzählt bekommt haben so eine eine bläuliche Einfärbung und dann in so verschiedenen entscheidenden Momenten wenn es dann eben auch so Richtung des angesprochenen Unfalls geht das Auto wird dann zum Beispiel so in Orange dann dargestellt dass das dann nochmal so extra raussticht aus dem sonst eher grauen Farbton also gestalterisch sehr sehr schön gemacht das Buch an sich ist total toll auch ein schönes schönes Hardcover also das ist auch so was fürs Regal aber ich finde eben auch gerade wirklich erzählerisch super gelungen ich finde es eine interessante Story es gibt auch noch ein Nachwort wo Uli Oestele dann eben diese diese Verbindung aus seinem eigenen Leben und dieser fiktionalisierten Version dann eben auch erklärt also die ganze Hintergrundgeschichte erzählt so seine Geschichte mit seinem eigenen Vater wie es ihm da ergangen ist also was da eben passiert ist dass er irgendwann diese Meldung bekommen hat dass sein Vater verstorben ist zu dem er lange keinen Kontakt hatte und wie ihn das dann seinem eigenen Leben auch beschäftigt hat was denn da war eigentlich so mit seinem Vater in der Zeit in der er ihn nicht kannte und eben dass er in der Zwischenzeit auch selbst Vater geworden ist mittlerweile zwei Kinder hat und wie er das eben so sieht also die eigene Vaterschaft und dann die Beziehung oder eben Nichtbeziehung zu seinem eigenen Vater also super interessante Geschichte und wie gesagt visuell zeichnerisch für mich ganz groß umgesetzt einer der tollsten Comics die mir seit einiger Zeit untergekommen sind kann ich wirklich jedem sehr 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 gut empfehlen wir hatten das natürlich jetzt keine Genre Story oder so wer sich mehr für Superhelden interessiert aber wer an sich Interesse an gut erzählten Comics hat auf jeden Fall mal in Vater Milch von Uli Oesterle reinschauen das finde ich sehr 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 stark Breestorm du irgendeine Verbindung zu Uli Oesterle oder vielleicht bei Vater Milch auch schon mal vorbeigeschaut bei Hector Umbra habe ich natürlich schon mal reingeschaut das steht da hinten auch irgendwo hat mir sehr gut gefallen und mich hockt das jetzt natürlich auch wenn du sagst es ist so ein bisschen semi autobiografisch da werde ich das auf jeden Fall mal mitnehmen das mag ich sehr weil gerade wenn das jemand selber zeichnet was mehr oder weniger sein Leben ist das gibt der ganzen Geschichte immer noch einen ganz neuen Spin halt also gerade die Darstellung von problematischen Szenen findet er immer sehr interessant bei sowas Patrick hast du irgendeine Verbindung zu Uli Oesterle bisher nicht ja Gott das was ich bisher gelesen habe sah tatsächlich sehr interessant aus ich habe von Uli Oesterle tatsächlich nur diese Zeichnung in dem Hellboy Band bisher gelesen ja sorry ich werde das nachholen sobald ich da mal sobald ich da mal irgendwie die Möglichkeit ergibt aber ja natürlich bei Hellboy erwischt er mich dann erstmal ja ja wie gesagt für mich ist er einer der spannendsten deutschen Zeichner ist jetzt natürlich auch nicht mehr nicht mehr die super junge Generation aber ich finde es tatsächlich eben spannend zu sehen wie der sich auch zeichnerisch weiterentwickelt hat jetzt in den in den letzten Jahren zwischen den letzten Werken und klar auch hier natürlich wieder die Situation er arbeitet nicht Vollzeit an Comics es ist auf vier Bände angelegt es wird sicherlich eine Weile dauern bis da der nächste Band rauskommt geschweige denn alle Bände erschienen sind aber ich finde es ein super spannendes Projekt und freue mich da schon sehr auf den auf den nächsten Band der dann naja in einigen Jahren wahrscheinlich erscheinen wird Breedstorm magst du weitermachen ja der nächste Band den ich ein bisschen rezensiere ist die Insel des Dr. Moreau von Ted Adams und Gabriel Rodriguez das ist eine klassische Geschichte von H.G. Wells der zum Beispiel auch die Zeitmaschine gemacht hat Krieg der Welten und wie gesagt die Rechte sind dafür ja recht frei deswegen kann jeder sich jetzt diese Storys nehmen und was eigenes dazu machen und das haben sie hier in diesem Fall auch getan richtig gezogen hat mich halt auch Gabriel Rodriguez weil bei Lockheed und Key hat er mich wirklich weggeblasen mit seinem Zeichenstil ich hatte vorher noch gar nichts von ihm gesehen und ja also das war für so eine Horror Episode war das genau das Richtige und das haben sie hier auch sehr gut ausgenutzt bei die Insel des Dr. Moreau was ja auch ganz klar Horroreinflüsse hat es geht um eine Schiffbrüchige die auf einer Insel strandet und auf dieser Insel wird sie dann gerettet und da ist ein merkwürdiger Professor mit seinem Assistenten und je mehr sie weiterforscht und weiterforscht umso mehr stellt sie fest dass der Experimente macht mit Tieren indem er diese Tiere operiert dass die menschenähnlicher werden und das ist natürlich wie geschaffen für Gabriel Rodriguez weil er sich da mit seinen Horror Thematiken speziell diesen Hybrid Wesen vollkommen ausleben kann also die Geschichte setze ich jetzt mal bei vielen als bekannt vor wie gesagt das Stranden auf der Insel aber was er hier gemacht hat wirklich mit den Hybrid Wesen das ist schon eine Leistung gewesen und ja das sie haben was gemacht was momentan sehr viele machen nämlich dass einfach mal Geschlechter ausgetauscht werden das wird in dem Buch auch erklärt also in dem eigentlichen Buch von HG Wells gibt es einen männlichen Protagonisten und hier haben sie das gegen eine Frau ausgetauscht normalerweise bin ich davon nicht so begeistert wenn irgendwie Rollen gewechselt werden und so weiter und so fort aber da ich jetzt mit dem mit der ursprünglichen Story jetzt nicht viel verbinde also nicht meine eigene Story davon im Kopf habe stört mich das hier überhaupt gar nicht sondern es kommt noch eine zusätzliche Komponente hinzu nämlich dass der der Assistent von dem Dr. Moreau dann der Dame auch Avancen macht oder sowas also das macht es dann nochmal zusätzlich bedrückender diese Stimmung auf der Insel der Band kostet 25 Euro auch wieder im Hardcover sehr schön gemacht zweifellos auf Papier musste aber im Internet schon einiges an Kritik einstecken nämlich der Band ist nur halb durch die Story allein gefüllt im zweiten Teil gibt es natürlich wie üblich die Cover und ich glaube ein Interview oder sowas ist noch drin aber ein wesentliches ja Goodie für die einen ist es ein Goodie für die anderen ist ein Problem da sind ist die ganze Story nochmal als Skizzenband als Skizze enthalten also es sind zwei US-Hefte ursprünglich gewesen mit blauen Bleistiftzeichnungen und ja wer sowas mag für den ist es natürlich hervorragend die anderen sagen sich dann ja 25 Euro für zwei US-Hefte ist irgendwie ein schwieriger Kurs ich stehe so ein bisschen dazwischen weil ich das doch recht interessant finde wie die die Vorzeichnung die fertigen also oder die die nicht geinkte und nicht kolorierte Zeichnung aussieht aber natürlich hättest du das auch im ja im im Heft für keine Ahnung 5,95 Euro realisieren können doch genau dagegen haben sie sich entschieden hier und das ist halt dadurch auch wieder ein Liebhaber-Ding letztendlich ja also du kaufst dir das weil du halt die Zeichnung von Rodriguez halt sehr gut findest und nicht um das Ding nochmal kurz durchzublättern und dann wieder auf den im nächsten Heft also es ist wirklich was für länger und ja wer klassische klassische Horrorsachen mag für den ist das ein Fund ist natürlich häufig so die Schwierigkeit wenn so ein so ein kurzes Werk von zwei Heften wenn man das dann gesammelt rausbringen will dass man es dann nicht genug Seitenanzahl das lässt sich dann in der Produktion nicht zu einem anständigen Preis realisieren dass es sich irgendwie lohnt dann muss man es irgendwie mit Zusatzmaterial größer machen und gerade bei deutschen Ausgaben wissen wir ja von einigen Verlagen ist es dann eher so dass es sich eher lohnt eine kleinere Auflage teure Hardcover zu machen da hat man eine bessere Marge als das dann im günstigen Softcover zu machen weil es auch nicht wesentlich mehr Käufe finden würde das ist eine relativ komplizierte wirtschaftliche Rechnung dann in dem Moment und ich kann mir vorstellen dass es bei dem Band natürlich auch so ist okay mit zwei Heften das sind nicht genug Seiten um dann ein Buch irgendwie zusammenzustellen dass wir zu einem zu einem wirtschaftlich interessanten Preis auch irgendwie verkaufen können deswegen packen wir einfach das komplette nochmal rein und hoffen darauf dass eben die Gabriel Rodriguez Fans sich das dann dadurch dadurch dann gereizt werden sich das zu holen und sich das dann auch rechnet vielleicht wäre es auch als Heft untergegangen das kann natürlich auch sein weil es kommen ja so viele kleine Sachen raus dass du dann denkst naja 5,95 für eine Geschichte die ich jetzt nicht großartig kenne aber es ist natürlich eine Hürde das heißt du willst auch in den Buchhandel kommen und mit dem Heft kommst du nicht in den Buchhandel da brauchst du eigentlich einen Hardcover um in den Buchhandel zu kommen und da brauchst du dann eben auch eine entsprechende Seitenanzahl also wenn du da eben so die literarisch interessierte Kundschaft im Buchhandel noch mit ansprechen willst brauchst du dann so eine Ausgabe also ich finde es gut dass ursprünglich auch von IDW dass die solche Sachen überhaupt machen ist natürlich auch so ein bisschen dasselbe Team wie bei Lockie & Key weil Ted Adams hat das ja umgesetzt damals mit Rodriguez Lockie & Key die Geschichte war von Joe Hill also dem Sohn von Stephen King und dasselbe Team ist jetzt auch wieder hier reingegangen wo du merkst halt dass die beiden sich auch sehr gut verstehen und ja also schon allein wenn man das Cover sieht mit den verschiedenen Tieren die da drauf sind das ist schon für einen Horrorfan ist das schon beeindruckend halt weil weil es halt nicht durch genetischen Kram irgendwie so Hybride entstehen sondern wirklich durch Operationen und das siehst du dann halt auch noch und das ist teilweise sehr sehr finster dargestellt halt auf auf dem Tech-Level von der damaligen Zeit 1800 Schnee wann das entstanden ist ich glaube 1890 oder so ist das ungefähr entstanden die Geschichte und ja also das ja also die Hürde die Hürde dazu zu schlagen bei 25 Euro ist erstmal groß aber wenn man das Artwork wirklich liebt ist man da sehr gut mitberaten ja ich bin da tatsächlich hin und her gerissen also ich mag Lock and Key total also auch entsprechend Gabriel Rodriguez Zeichnungen aber 25 Euro für zwei US-Hefte da ist man dann auch erstmal so okay das ist schon echt eine Hausmarke es ist dann eher schon so in die Richtung Artist Edition also da muss man halt wirklich wirklich das Interesse dann haben die die Originalseiten das war jetzt auch relativ großes Format oder du hast es uns kurz in der Kamera gezeigt ich konnte es jetzt nicht genau einschätzen aber es ist schon größer als US-Heftformat oder ja das ist etwas größer als die normalen Trades ja ja ist halt dann für für Liebhaber oder für wahrscheinlich auch für Gabriel Rodriguez Liebhaber oder eben für solche Moreau Superfans die denen man das dann auch wieder schenken kann ja also oder auch für Horrorfans würde ich sagen er schafft es halt mit seinen Zeichnungen wirklich Angst auszulösen also ich bin jetzt nicht so der dass ich wenn ich irgendeine Zeichnung sehe dass ich eine Gänsehaut kriege oder sowas aber er schafft es bei Locky & Key hat es zum Beispiel diese Brunnen Szene wo der junge der kleine Junge in dem Brunnen ist und redet da hat er es zum Beispiel bei mir geschafft und so gibt es hier auch eins zwei Szenen wo er wirklich so so wirklich so ein Grusel über über meinen über meine Augen jagt und das das schaffen nicht viele Comics also das was ich jetzt gerade so über die Kamera sehen konnte sah auf jeden Fall sehr gut aus und klar bei Gabriel Ruiz lohnt sich auf jeden Fall ein Blick die Preisfrage ist dann natürlich so eine nochmal eigene kann man dann auf eine gute Leihbücherei hoffen Patrick machst du weiter Okay dann hab ich hier als letztes Werk Onkel Dagebert und Donald Band 1 und 2 aus der Karl-Barks-Library ähm da kam jetzt am 4.6. der erste Band raus auch wahlweise im Schuber da ist dann auch schon direkt der zweite Band mit inbegriffen gewesen der jetzt sonst erst am 3.9. Banden erscheint der Schuber kostet dann eben ähm 10 Euro Aufschlag also ist man dann schon mit 70 Euro dabei für diese beiden Bände ich hoffe ähm gerade auch weil es ist für den Gratis-Comic-Tag auch als Comics für Kids bewerben dass es da dann irgendwann eine preisgünstigere ähm Soft-Cover-Version geben wird aber für Dagobert-Fans und für Don-Rosa-Fans ist das einfach ein sehr schönes Ding da die bisher chronologisch geordneten Werke von 1987 bis 89 da vorzufinden ähm ich bin da ein sehr großer Fan von Don-Rosa ist sein Leben seinen Milliarden deswegen wollte ich da mal wissen was er sonst noch so in der Vergangenheit zu Dagobert geschrieben hat und da haben sie jetzt wirklich alles damit eingebaut also von der ersten Geschichte an der Sohn der Sonne das wird auch die Story sein die sie beim Gratis-Comic-Tag ausliegen haben bis hin zu seinem ersten äh etwas epischeren Weg der letzte Schlitten nach Dawson hast du da ähm wirklich was er da in den zwei Jahren produziert hat ähm diese ganzen Donald Dagobert Daisy Duck Geschichten das interessante war damals hat Disney noch keine Comics selber produziert sondern man hatte circa fünf Verlage die anderweitig Disney Comics produziert haben und da hat er sich so seine ersten Sporen mitverdient und hat sich dann eben als Dagoberts Zeichner einen Namen gemacht und man erkennt hier schon relativ schnell durch das Bonusmaterial das auch sehr ausführlich ist und diese ganzen Details erläutert dass Disney schon damals so war wie sie heute in der Filmbranche waren irgendwann wollten die ihr eigenes Zeug produzieren und dann haben die Don Rosa auch so ein bisschen versucht da aus dem Markt zu drängen und er hat sich dann an einen anderen Disney Verlag gewendet und er teasert das dann in seiner Autobiografie an das Band 3 dass sich da sein Leben schon so ein bisschen verändert hat also dass er da dann zur Konkurrenz ist also zu einem anderen nicht lizenzierten Disney Verlag und er sagt irgendwann kamen sie dann tatsächlich auf ihn zu und haben ihn um dieses sein Leben seine Milliarden geboten dass er das macht weil er hat in dieser Geschichte der letzte Schnitt nach Dawson da hat man schon angemerkt was er mit seinem Leben seine Milliarden machen wird das ist so eine klassische Schatzjäger Story bei der er auch auf Nelly oder je nach Übersetzung Goldie trifft und da sieht man Darkbet in der jüngsten Vergangenheit dann auch mal von einer ganz emotionalen Seite und erkennt okay das war jetzt gar nicht mal so uninteressant und gerade diese Stories aus seinem Leben seine Milliarden sind ja auch in der Echtzeit verankert und auch in der realen Welt nicht in Entenhausen das basiert alles dann auf realen Vorbildern also er hat da eine ziemliche Recherchearbeit da an den Tag gelegt deswegen hat er sich dann auch immer wieder entspannt in denen er dann so Funny Stories geschrieben hat also so Geschichten die einfach nur so zehnseitige Gags sind und ich hab da tatsächlich ich hab Don Rosa schon damals zu schätzen gewusst als ich den in diesem Mickey Mouse Magazin gelesen hab als kleines Kind weil sich sein etwas independent artiger Style schon unter diesen anderen Disney Sachen herausgehoben hat und das hat ich hab auch schon damals als Kind das quasi alles konsumiert hat schon gemerkt okay da ist nochmal ein anderes Level da und fand ihn schon damals klasse und jetzt war das wirklich wie so ein bisschen Stück Kindheit entdecken und das dann nochmal neu zu erleben fand ich schon cool ich sag es sind noch nicht bis auf der letzte Schlitten so seine besten Stories er hat viele coole Details eingebaut die man die man erkennt wenn man sich ein bisschen mit Kyle Barks oder mit dieser aktuellen DuckTales Reboot Serie befasst hat also er streut sehr viele Details an deswegen kann man das auch mehrmals lesen und hat da seinen Spaß mit ich hatte es jedenfalls aber ich sag das beste kommt dann noch wenn er dann spätestens an sein Leben seinen Milliarden geht und auch bei seinen Abenteuer Stories tobt er sich mehr aus als bei den Auftragsarbeiten die da teilweise eingebunden sind da sind teilweise auch so da hat er nur die Story geschrieben oder er hat nur gezeichnet und Auftragsarbeiten gemacht da ist wirklich alles enthalten und dementsprechend schwankt dann auch die Qualität teilweise von den Stories Don Rosa ist ja so ein umstrittener Entenzeichner also die einen lieben ihn die anderen hassen ihn und es gibt sicherlich auch irgendwas dazwischen ich finde den auch super genau wie du es beschrieben hast dass er noch seinen eigenen Stil hat das ist ein bisschen krakeliger als einigen jahren also ich bin ich bin jetzt nicht so dick als als duck leser oder duck leser aufgewachsen klar auch mal hier mickey maus ein lustiges taschenbuch mal gelesen aber jetzt nicht so intensiv und habe erst so vor 10 15 jahren mal so relativ intensiv duck geschichten gelesen und ich fand das dann ganz spannend weil ich habe dann immer es gibt das Donald ducks sonderheft das jeden monat erscheint wo auch so reprints sind von amerikanischen und skandinavischen zeichnern die ja wieder im kontrast stehen zu den hauptsächlich italienischen zeichnern die im lustigen taschenbuch drin sind und im donalducks sonderheft die halt mehr so aus der karl-barks tradition kommen zum einen karl-barks abgedruckt und quasi so seine nachfahren und ich fand es dann tatsächlich sehr sehr spannend dass ich dann nach einer weile als ich dann einige monate dieses heft immer gelesen hatte dass ich dann tatsächlich irgendwann doch auch zeichner auseinander halten konnte obwohl sie auf den ersten blick doch so ähnlich sind william van horn war dann so ein zeichner den ich dann irgendwann erkannt habe der hat dann so eigene kleine details gehabt die die ihn abgesetzt haben von anderen zeichnen aber don rosa ist eben so eigen dass man den immer erkennt der zwar erzählerisch aus der karl-barks tradition kommt aber zeichnerisch dann eben doch so sehr seinen eigenen kniff reinbringt und nicht so sehr an karl-barks klebt dass man das ihn auf jeden Fall immer erkennt und ich finde seinen Stil deswegen auch super spannend er sticht tatsächlich aus diesen Einheitsbrei raus ich schere damit jetzt nicht alle Disney Comics übereinkommen aber viele haben da wirklich so einen sehr einheitlichen Stil und er ist da wirklich herausgestochen und ich sage auch teilweise ist es diese Detailliertheit die das so ein bisschen krakelig aussehen lässt und Don Rosa hat das dann auch in seiner Biografie selber geschildert dass er die nicht als Enten sondern als Menschen gesehen hat deswegen hat er dann irgendwann aufgehört auch so Enten bezogene Witze zu machen sondern er hat die wirklich als Charaktere respektiert und nicht als Gag Lieferanten ich sehe dass er seine Abenteuer Storys auch so ein bisschen als das geerdete Redakt ist ohne Quack den Bruch Piloten so gesehen Breedstorm irgendeine Meinung zu Don Rosa und Enten Ja also klar auch ein großer Teil von der Kindheit gewesen ich hatte sehr viele lustige Taschenbücher aber davor hatte ich von Karl Barks zwei Bände ich Donald Duck Band 1 und Band 2 und da waren die ganzen Klassiker drin im Land der Viereckigen Eier und sowas und auch da hat man schon später bei den lustigen Taschenbüchern oder was man bei dem von dir erwähnten Donald Ducks Sonderheft so gesehen hat war ganz klar dass es da bessere Zeichner gibt und schlechtere gerade bei diesen Fill-In-Story die es in den ersten lustigen Taschenbüchern gab da wurden alle Geschichten die abgedruckt wurden immer noch so mit Überleitungen verbunden und da hat dann Eider meistens ganz ganz schlecht drei vier Seiten zwischen verschiedenen Storys gezeichnet um die ineinander überzuleiten das war fürchterlich teilweise da gab es natürlich klassische Sachen wie McMoney Sack oder sowas wenn die aufgetreten sind das war dann halt schon was besonderes weil man dann wusste okay jetzt ist wieder ein geiler Stil und jetzt kommt wieder eine ordentliche Story halt auch das werden wahrscheinlich sogar die ersten Comics gewesen sein in denen ich festgestellt habe es gibt sehr viele unterschiedliche Zeichen Qualitäten das hat man gerade bei den lustigen Taschenbüchern sehr sehr gut gesehen der Steffen hat ja auch ab und zu mal was vorgestellt von von neueren Zeichnern da war ab und zu die die sich auch an älteres Publikum gerichtet haben das hat mir auch meistens sehr gut gefallen ich würde jetzt bloß nicht dieses typische lustige Taschenbuch hatte ich vor ein paar Jahren mal wieder reingeguckt wo ja meistens sind es italienische Zeichner heutzutage die das machen das geht so nicht an mich also auch da brauche ich anscheinend wieder so einen gewissen Retrofaktor und ich finde es auch gut dass Jan Rohleder von Danny Books den Mann immer noch so hoch hält also er führt ihn ja regelmäßig über diverse Conventions und in Erlangen war auch schon in München war er schon mit ihm und in Frankfurt ja also er macht da immer was mit ihm und die scheinen sich auch sehr gut zu verstehen deswegen finde ich es gut dass er jetzt auch die Rechte für ein paar Disney Sachen dadurch bekommen hat ja ich kann schon mal sagen in Band 2 da ist dann die Rückkehr zum Land der viereckigen Eier also auch da triggern sie immer wieder mal die Nostalgie auch auf alte Karl-Bark-Stories und ein bekannter von uns der auch ab und zu beim Comic-Stammtisch in Frankfurt ist der Alex Jakubowski der hat auch eine Biografie über den Don Rosa dann geschrieben also hier zu Lande hat der Mann schon einen größeren Hype und das merkst du entsprechend auch dem Andrang der bei seinen Signischen dann immer ist auch an oder dass ein Thomas Hulupanen dann ein Soundtrack zu sein Leben seine Milliarden schreiben durfte irgendwann also dieser Comic hat seinen eigenen Soundtrack ja Don Rosa ist halt auch ein grandioser Typ halt also er sieht selber ein bisschen karikaturmäßig aus muss man ganz klar sagen und er liebt dieses Image natürlich auch dass er dadurch transportiert also das ist schon ein sehr gutes Gesamtpaket und ja wie gesagt man kann es nur immer wiederholen schade dass Erlangen nicht stattgefunden hat dieses Jahr vielleicht wäre er auch da wieder gewesen also ich gehe jetzt davon aus wenn der Band der Simuni erschienen also da gehe ich stark davon aus dass er den da auch publiziert hätte ja und der nächste er erscheint ja dann tatsächlich am dritten neunten ich finde Don Rosa sieht tatsächlich ein bisschen aus wie so ein Mensch gewordener Dagobert mittlerweile da passt sich der Schöpfer dem Werk an so wie der der Hund dem Herrchen cool ich mache mal weiter ich habe auch noch einen Manga mitgebracht allerdings keinen keinen modernen Manga Tante Nonnon von Shigeru Mizuno Shigeru Mizuki ist 2019 in Deutschland erschienen bei Reprodukt Übersetzung von Daniel Büchner Lettering von Michael Möller mit einem Font von Kevin Heisinger was ich sehr spannend fand der die Geschichte selber ist in den 60er Jahren gezeichnet Shigeru Mizuki ist in den 20er Jahren geboren ist jetzt vor vor 5 Jahren verstorben 2015 und hat wie gesagt sicherlich nicht nur in den 60er Jahren gezeichnet aber dieser Band ist eben aus den 60er Jahren und jetzt letztes Jahr in Deutschland erschienen ich kannte ihn vorher nicht ich habe ihn jetzt kennengelernt der Comic war für den Max und Moritz Preis nominiert und nachdem der Max und Moritz Preis und Comics Long ja digital stattgefunden hat habe ich mir auf YouTube ein paar der Videos angeschaut in denen sie die ganzen Nominierten vorgestellt haben also hier nominierte Künstler jedes nominierte Buch hat ein eigenes kleines Video bekommen ein Vorstellungsvideo und da habe ich mir zumindest die meisten davon angeschaut und da war auch Tante Nonnon mit dabei und den fand ich spannend der hat mich interessiert es geht um das ist auch wieder so eine biografisch angehauchte Geschichte Shigeru als kleiner Junge sprich das wird wahrscheinlich so um 1930 spielen er ist 1922 geboren es kann sein es könnte ungefähr sein dass er so etwa 8 Jahre alt ist vielleicht ein bisschen jünger in der Geschichte also so um 1930 dürfte es spielen in Japan Episoden kleine Vignetten aus seiner Kindheit die auch eine fortlaufende Geschichte in gewisser Weise zumindest ergeben aber eben in Kapiteln auch für sich stehen als kleine Kurzgeschichten Geschichten aus seinem Leben von seinen Freunden von seiner Familie seinen Brüdern er ist der mittlere von drei Brüdern sein Vater ist Versicherungsvertreter der zeitweise in dem Ort in dem sie wohnt ein Kino eröffnet der ist auch ein bisschen so ein Träumer der will dann auch ein Drehbuch schreiben kommt so in dieser in dieser Bürokratenwelt nur so nur so halbklar seine Frau möchte natürlich immer dass er Karriere macht gerade Japan ist ja auch ein sehr sehr wichtiges Gut für die Familie da gut dazustehen seine Frau besteht immer darauf dass ihre Familie dass sie einer langen Ahnenreihe abstammt und ihre Familie die es sogar wie sagt sie immer gestattet war einen Nachnamen zu tragen so im Kaiserreich war das so ein großes Ding das taucht mehrfach auf in dem Comic aber der Vater wie gesagt möchte da auch so ein bisschen ausbrechen betreibt dieses Kino Drehbuch schreiben etc. Der Shigeru genannt auch von seinen Freunden auch genannt Gege erlebt es halt so ja auch so ein bisschen so lause jungen Abenteuer hat so eine so eine Kinderbande wo sie gegen andere Kinderbanden kämpfen was vielleicht so ein bisschen auch an Krieg der Knöpfe erinnert er entdeckt das Leben er entdeckt den Tod er entdeckt Mädchen und was aber eben auch so ein großer Teil und auch so der namensgebende Teil für den Coming ist eben Tante Nonnon Tante Nonnon ist eine alte Dame aus dem Ort deren Mann verstirbt und die dann bei Shigeru und seiner Familie auch mit einzieht die sich also um diese alte Dame auch mit kümmern und die wiederum kennt sich sehr gut mit Yokai aus Yokai das ist der Name für japanische Geisterwesen für verschiedene Aspekte des Lebens gibt es spezielle Geisterwesen die ihre eigenen Namen und eigene Funktion haben und Tante Nonnon kennt sich da aus hat da irgendwie auch so Verbindungen zu dieser Welt andere sehen das als als Aberglauben wiederum andere machen dann auch in dem Comic so Erfahrungen also Geige sieht dann auch so diverse Yokai die tauchen immer mal wieder auf in verschiedenen Geschichten in manchen Geschichten gar nicht in anderen Geschichten dann wieder präsenter Geige ist auch als Kind schon dabei ganz viel zu zeichnen möchte gerne Mangaka werden und erzählt dann eben auch Geschichten über Yokai in seinen gezeichneten Geschichten soweit ich das nachgelesen habe ist das auch im Gesamtwerk von Shigeru Mizuki sehr sehr auffällig dass er eben häufig Geschichten über Yokai geschrieben hat er hat auch eine Adolf Hitler Biografie zum Beispiel gemacht als Manga ist ja auf dem japanischen Markt irgendwie haben verschiedene Leute schon Hitler Comics gemacht so ein ganz interessanter Aspekt aber dieses Yokai Thema hat ihn wohl sein ganzes Leben lang begleitet und hat er eben häufig mitverarbeitet ist ein wunderschöner Comic ist vom Zeichenstil wie gesagt nicht moderner Manga also nicht das was uns wahrscheinlich häufig heutzutage als erstes in den Kopf floppt wenn wir Manga hören es sieht sehr sehr klassisch aus es ist ein bisschen schwer zu beschreiben jetzt und wie gesagt es sind so so kleine Vignetten ein bisschen ein bisschen schwermütig zum Teil etwas melancholisch aber auch auch lebendig und freudig mich hat es an Ray Bradbury zum Beispiel erinnert eins meiner Lieblingsbücher ist Löwenzahnwein von Ray Bradbury das was sehr ähnliches macht wo Ray Bradbury auch in einer verklausulierten Form Geschichten aus seiner eigenen Kindheit erzählt in einer Figur die einen anderen Namen trägt die aber so ein bisschen das Surrogat für den jungen Ray Bradbury ist und in Löwenzahnwein sind es auch so verschiedene Kurzgeschichten die teilweise auch erst tatsächlich als Kurzgeschichten erschienen sind aber dann in diesem Buch und dann auch angereichert durch weitere Geschichten die Geschichten verschiedener Bürger dieses kleinen Ortes in Amerika aus der Sicht auch von so verschiedenen Jungs erzählt und eben auch die Hauptfigur die die Leben und Tod in diesem einen Sommer entdeckt und das anhand von eigenen Geschichten aber auch Geschichten von anderen Bürgern aus diesem kleinen Ort erzählt und wunderbares Buch und eben auch so eine Melakolie und einerseits eben so eine Lebensfreude und auch so einen kindlichen Umgang mit Leben, Liebe und Tod und das habe ich in Tante Nonnon da eben auch wiederentdeckt und das hat mich da auch sehr sehr angesprochen sind tolle kleine Geschichten klar mich hat natürlich auch so dieses Geister-Dämonen-Ding angesprochen das war vielleicht auch sogar der erste Impetus dass ich mir dieses Buch anschauen wollte so dieser Horror wäre jetzt zu viel gesagt aber dieser leichte Horror-Aspekt dieser leicht übernatürliche Aspekt der da eben auch mit drin ist aber das eben auch verquickt mit sehr realen Geschichten also sehr dramatische Geschichten aber auch lustige Geschichten so eine der lustigeren Geschichten die mir auch sehr sehr rausgestochen und die mir auch sehr gut gefallen hat die vielleicht auch so ein bisschen auf den Punkt bringt was in diesem Buch so passiert Gege trifft auf zwei seiner Freunde und fragt so was sie machen und sie sagen ja im Nachbarort irgendwie da gibt es eine Bäckerei und die verkaufen Donuts und Gege meint was sind denn Donuts ja das ist so ein süßes Gebäck das irgendwie aus dem Ausland kommt und es gibt diese eine Bäckerei die das machen und das sollte total toll sein und sie wollen das probieren und so ein Donut kostet irgendwie so weiß ich nicht mehr so genau irgendwie so ein Preis die Währung hat so einen ganz eigenen Namen den ich jetzt wieder vergessen habe nicht 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 ich sag es jetzt mal irgendwie mit Pfennig also ein Donut kostet irgendwie quasi neun Pfennig und wir haben 30 Pfennig also können wir uns irgendwie drei Donuts leisten also lasst uns da hin und dann sagt Gege ja aber dann das ist ziemlich weit also wenn wir das alles Geld für die Donuts brauchen haben wir kein Geld um den Zug zu nehmen und dann beschließen sie wir laufen und dann laufen sie los und das ist eben ein weiter Weg und der eine sagt dann oh ich schaff's nicht irgendwie ich hab nix gegessen ich hab hungrig und ich bin zu schwach irgendwie ich komm nicht weiter also geht ihr ich geh wieder zurück und dann sagen sie zu ihm ja aber wenn wir dich jetzt hier alleine zurücklassen dann kommt dann dieser eine Yokai der eben die Hungrigen und Schwachen irgendwie auffrisst und das sollen die das sollen die die Seelen der Verhungerten sein die sich eben an an Hungrigen und Schwachen dann laben deswegen wollen wir dich nicht alleine zurücklassen da kommt eben so ein bisschen dieser Yokai Aspekt in diese Geschichte noch rein und dann sagt er ihm na gut dann kämpfe ich mich eben durch dann gehen sie eben zu dritt in diesen Nachbarort und kaufen sich dann diese drei Donuts und sitzen dann da und schauen diese Kringel an und trauen sich irgendwie nicht rein zu beißen was machen wir jetzt und dann der eine leckt dann mal dran und so ja nö also ja also ist es süß und der andere beißt dann rein und meint ja es ist total lecker und dann beißen sie alle rein und sind dann selig irgendwie mit ihrem Donut und da endet dann eben diese eine Episode und auf der nächsten Seite geht's dann mit mit der nächsten Episode weiter also wunderbar es ist wunderschön erzählt schön gezeichnet total herzig es ist ein es ist ein 400 Seiten Buch also man hatte auch wirklich wirklich was zu lesen hat mir auf jeden Fall auch Lust gemacht mal noch noch andere Werke von Shigeru Mizuki vielleicht mal noch noch zu holen mal zu lesen aber jetzt mal nur allein für sich genommen Tante Nonnon bei Reprodukt letztes Jahr erschienen auch eine starke Empfehlung von mir auch gerade mal so ein bisschen in die in die Vergangenheit von Manga zu gucken nicht nur moderne Sachen Manga findet bei uns im Messen ja ja ganz grob gesagt zuerst so ab den 80er Jahren statt Akira ist natürlich ein ganz großer Wendepunkt als zum einen der Trickfilm bei uns erschienen ist aber dann eben natürlich auch die die Manga Ausgaben und und ab da dann natürlich in den 90er Jahren auch viel mit Fernsehanime das ist ja das was wir was wir viel so kriegen was wir nicht so viel kriegen ist tatsächlich alter Manga ich war letztes Jahr in Japan in Kyoto in Kyoto gibt es das Manga Museum da sind wir dann auch hin im Manga Museum gibt es einen großen Raum also so ein Bibliotheksraum halt wo einmal im Kreis rum die Wände einfach alles Regal ist und zwar chronologisch geordnet so startend in der einen Ecke so in den 40er Jahren und dann in Dekaden einmal im Kreis rum um den ganzen Raum bis heute das heißt man kann sich dann einfach gucken okay hier stehen die 40er Jahre hier stehen die 50er Jahre und sich einfach Manga rausnehmen und dort lesen ich glaube leiden kann man die da nicht bin mir nicht ganz sicher aber man kann sie dort auf jeden Fall lesen ich kann jetzt kein Japanisch lesen aber das war das was mich super interessiert das fand ich super spannend das waren so die Regale auf die ich als erstes zugegangen bin so die 40er 50er 60er 70er Jahre da einfach mal irgendwo blind ins Regal greifen und reingucken und schauen wie hat Manga da ausgesehen weil das etwas ist was wir hier nicht so viel kriegen und da fand ich das jetzt eben sehr sehr spannend diesen Comic aus den 60er Jahren der irgendwie so rund in den 20er 30er Jahren spielen dürfte spätige 20er Jahre den mal zu lesen und da ein bisschen einen anderen Eindruck auch von der von der Manga Historie zu kriegen und das ist ja definitiv ein Buch das zu Recht eine eine Ausgabe im Ausland bekommen hat ist 2016 auch in den USA erschienen ich vermute die deutsche Ausgabe orientiert sich vielleicht an der amerikanischen Ausgabe also dass der Font von Kevin Heisinger da benutzt wurde ist für mich so ein bisschen ein Indiz dafür dass das eventuell auch der Font aus der amerikanischen Ausgabe ist bin mir nicht 100% sicher und wahrscheinlich auch ein Buch das auch diese Preisnominierung verdient hat also ich nochmal auch eine starke Empfehlung von mir für Tante Nonnon habt ihr das Buch irgendwie wahrgenommen oder ist Shigeru Mizuki für euch ein Name der bei euch schon mal vorbeikommen ist Patrick kennst du da irgendwas von ich müsste es tatsächlich mal googeln aber ich bin gerade auch an Mangas die entweder das psychologische Gen interessiert oder eben Mangas wo sie nicht die ganze Zeit in der Luft stehen und sich bekämpfen weil davon verdammt wurden wir ja überschwemmt und ich habe damals tatsächlich als diese Manga Hochphase losging einiges an Dragon Ball und Dragon Balls gesehen vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen übersättigt mit diesen Mangas wo sie ewig rumkämpfen also das wäre tatsächlich was wo ich auch reinlesen würde gerade dieser übernatürliche Aspekt interessiert mich da auch und dass es dann eben auch so schöne kleine emotionale Stories sind das klingt interessant noch etwas das ich lesen würde es ist halt dahingehend auch so ein Einblick in japanische Folklore es ist halt nicht Fantasy Horror in dem Moment sondern es ist halt tatsächlich japanische Folklore die einem da über diese Yokai auch nahe gebracht wird Breedstorm habe ich über die Kamera schon gesehen hat den Kopf geschüttelt aber ist das was was dich ansprechen würde wo du mal reingucken könntest tatsächlich nicht ja ich bin einfach ich bin zu einfach gestrickt für sowas dass ich habe euch mitgebracht Punisher Sowjet von Garth Ennis und Jason Burrows und ja Garth Ennis hat ja den Punisher geprägt wahrscheinlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten wie es kein anderer Autor getan hat ich bin drauf gekommen weil ich vorher Preacher gelesen hatte und Preacher hat genau meinen Vibe getroffen zu der Zeit fand ich richtig geil und diese Einstellung die er in Preacher reingebracht hat die hat er natürlich auch in seine ersten Punisher Sachen reingebracht also er hat abstruse Figuren erfunden wie Magnucci oder wie den Russen zum Beispiel und hat da dieses Humorlevel was er da hatte Barracuda ist glaube ich auch von ihm ursprünglich und dieses kranke Humorlevel das hat er da einfach weiter fortgesetzt und das konnte er natürlich beim Punisher bei Marvel am besten auch ausleben weil sonst Marvel ist ja schon immer ein bisschen zurückhaltend was so Gewaltdarstellungen betrifft aber durch die Max-Serie konnte er sich da voll ausleben und deswegen werde ich da immer hellhörig wenn wieder was von Ennis kommt er hat ja auch den Eigennamen den Ennisher geprägt durch seinen besonderen Stil es ist meistens nicht besonders innovativ was er da macht weil er genau dieses Ding fortsetzt dass er kranken Humor und sehr große Gewaltdarstellung vorsetzt ist mir aber tatsächlich lieber als wenn man jemanden dran lässt der was vollkommen anderes dann mit der Figur macht da muss ich jetzt auch mal Remender nennen der uns die Figur Frankencastle ja genau Frankencastle und da war ich dann irgendwann raus das heißt also ich lese nicht mehr wie ich es eine Zeit lang gemacht habe tatsächlich alles vom Punisher sondern nur wenn irgendwas rauskommt was mich irgendwie mitnimmt und wenn Ennis drauf steht nimmt mich das als alten Mann gerne mal mit Punisher Sowjet der Punisher räumt auf mit der russischen Mafia und plötzlich legen sie ihm was zur Last was er gar nicht gemacht hat also die Mafia sagen ja du hast uns doch schon damals umgebracht hast schon andere umgebracht von uns also es geht die Legende um dass er Leute umbringt die er aber nicht umgebracht hat und da wird er natürlich hellhörig bekämpft die weiter und im Laufe der Kämpfe lernt er dann auch den Menschen kennen der für ihn gehalten wird und zwar es ist ein anderer Russe namens Valery der auch eine Rechnung offen hat mit der russischen Mafia aber aus einem ganz anderen Bereich also der war selber Soldat russischer Soldat in Afghanistan und aufgrund von Ereignissen die in Afghanistan stattgefunden haben während seiner Stationierungszeit da also als die Sowjetunion versucht hat Afghanistan zu besetzen hat er jetzt mit dem einen oder anderen in dieser Gang noch eine Rechnung offen und da kommen natürlich zwei Sachen zusammen die Ennis wirklich einfach mag nämlich den Punisher aber auch Kriegsgeschichten zu erzählen also das ist ja ein beliebtes Hobby bei ihm dass er zum Beispiel War Stories hat er gemacht er hat Battlefields gemacht und er liebt einfach das erzählen von Kriegs Storys und das hat er hier sehr gut miteinander verbunden er bringt dann immer Rückblicke zu der Stationierungszeit von den Russen in Afghanistan und verwebt das mit der normalen Handlung der auch der Punisher drin ist und das ist eine sehr gute Sache die zwei freunden sich dann so ein bisschen an weil sie ja beide irgendwie Veteran sind wenn auch von ganz anderen Kriegen und so kommt eine schöne Mischung zusammen die mich sehr gut unterhalten hat wie schon angedeutet es ist nichts großartig Neues natürlich gibt es übertriebene Gewaltdarstellung natürlich gibt es auch abstrus komische Szenen auch mit Gewalt das ist ganz klar das muss bei ihm so sein aber die Mischung hat es für mich gemacht und selbst wenn es vielleicht nur eine mittlere Ennis Geschichte ist es immer noch besser als vieles anderes was ich von anderen Autoren so sehe wäre das was für euch also Ennis ähnlich wie du damals natürlich auch Preacher gelesen so Ende der 90er Jahre Anfang der 2000er Jahre ich war riesen Ennis Fanboy das war gerade so die Zeit Preacher Transmetropolitan also Warren Ellis Garth Ennis ich habe immer lange Zeit gesagt wenn ich mal Zwillinge kriege dann nenne ich die Ennis und Alice ich habe ein Preacher Tattoo also als Steve Dillon vor ein paar Jahren gestorben ist das war ein war ein harter Schlag auch ich habe was was sein Punisher angeht Welcome Back Frank so die erste Story mit der Ennis und Dillon dann Punisher erstmal übernommen haben und glaube auch revitalisiert haben auch so ein bisschen dann auch die Vorlage für die Thomas Jane Verfilmung war also die habe ich gelesen ich habe dann die ganzen Marvel Max Sachen habe ich dann nicht mehr gelesen aber ich habe auch schon ewig ich muss ganz ehrlich sagen keinen Garth Ennis mehr gelesen also sehr sehr lange nicht damals eben habe ich quasi alles gelesen sein Unknown Soldier sein Hellblazer True Faith Enemy Ace gerade auch wieder Kriegsgeschichten die er rausgebracht hat ich habe jetzt kürzlich vor ein zwei Wochen habe ich erstmal wieder seinen Dangerous Habits seinen ersten Hellblazer Run mal wieder gelesen für Eerie International auch also an sich ist Ennis so ein Typ den ich sehr 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 schätze auch wenn ich jetzt seit langem nichts von ihm gelesen habe vielleicht auch weil es mir auf Dauer ein bisschen zu monothematisch dann war vielleicht war ich dann ein bisschen raus ich habe letztes Jahr vorletztes Jahr vor zwei Jahren oder so habe ich auch mal wieder einen kompletten Preacher mal gelesen kann auch schon drei Jahre her sein ist für mich immer noch einer meiner absoluten Lieblings Comics also von daher ja ich mag die Figur ich habe auch andere Punisher Comics gelesen ich habe angefangen Punisher zu lesen da gab es klar noch in den wahrscheinlich noch frühen 90ern gab es mal deutsche Ausgaben die waren in schwarz-weiß ein bisschen größer Formatik fast so ein bisschen Zeitungspapier also so Alben aber mit einem auch sehr sehr dünnen Cover also schon Kiosk aber größer als jetzt so das normale Superheldenheft die habe ich irgendwie gelesen das war so mein Einstieg in Punisher Comics abgesehen noch von der Dolph Lundgren Verfilmung also ich mag Ennis wie er schreibt ich mag die Figur Punisher habe aber tatsächlich nicht so viel Punisher gelesen aber es gibt so ein paar Sachen die mich interessieren würden also ich mag auch eigentlich so die letzten Steve Dillen Geschichten die Becky Klonen geschrieben geschrieben hat war was 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 mich auch mal interessiert hat wo ich aber auch noch nicht hingegriffen habe von daher also das ist so was du gerade vorgestellt hast wenn es mir in die Hand fallen würde würde ich es lesen es ist momentan nichts wo ich jetzt wahrscheinlich mir zwingend selber holen würde aber theoretisch ist es was was mich interessieren könnte das Gute ist dass man heutzutage das ja auch alles wieder verfügbar hat es gibt ja diverse Reprints gerade von Punisher von Ennis und auch Preacher als ich angefangen habe Preacher zu lesen ich war etwas später als die normalen Ausgaben damals da waren manche Ausgaben waren einfach weg du musstest das fünffache vom Preis irgendwie investieren wenn du da die erste Ausgabe haben wolltest und tatsächlich den ersten Preacher Band von Speed den habe ich nie in den Fingern gehabt da musst du mir das OS Trade holen weil es zu der Zeit gab es es einfach nicht oder auch Punisher Born war ja auch eine Zeit lang wirklich ausverkauft halt also auch da hast du horrende Summen dann auf Ebay für bezahlen müssen und deswegen ist es eigentlich ganz schön dass du das jetzt einfach wie so viele andere Sachen auch Watchmen auch so ein Ding als ich mich dafür angefangen habe zu interessieren waren die Carlsen Bände auch niemals komplett zu kriegen und wenn dann auch immer nur sau teuer sodass ich mir die US Ausgabe dann geholt habe also es ist heutzutage schon Luxus und der massiv auch bedient wird ich habe heute auch die nächste Panini Vorschau mir angeguckt und da sind auch Unmengen von Reprints von irgendwelchen Sachen drin also ob das alte Batman Geschichten sind oder andere klassische Sachen es ist unglaublich wie viel da jetzt nochmal neu aufgelegt wird wobei man sich da natürlich auch nicht darauf verlassen darf dass das Zeug ewig aufgelegt wird gerade eben Reprints von alten Sachen also die sind nach ein paar Jahren dann eben auch gerne mal vergriffen wenn die Auflage wegverkauft ist und der Bedarf nicht groß genug ist da jetzt zwingend in eine weitere Auflage zu gehen also wenn man sich dafür interessiert sollte man wahrscheinlich eher schnell zugreifen oder eben damit rechnen dass es im Zweifelsfall dann vielleicht auch irgendwann eben nicht mehr nicht mehr zu haben ist oder wie du gerade schon gesagt hast also ich zum Beispiel ich habe Preacher eben auf Englisch gelesen deswegen war das für mich jetzt nie das Problem beziehungsweise auch als die deutschen Ausgaben rauskam mein Bruder hat dann ein paar auf Deutsch gelesen es war halt dann zu dem Zeitpunkt auch ab Nummer 1 weil ich es aus Amerika oder von den amerikanischen Ausgaben halt auch schon kannte ich habe es tatsächlich Preacher habe ich damals entdeckt da erinnere ich mich sehr gut daran auch auf dem Comic Salon das muss zu dem Zeitpunkt gewesen sein als eben gerade die erste deutsche Ausgabe rauskam weil ich mich an den Stand erinnere also wie der die hatten den kompletten Stand quasi so eben sehr militärisch dekoriert eben zur Premiere von Preacher an diese an diese Deko erinnere ich mich aber ich habe dann ich habe zu dem Zeitpunkt eh schon amerikanische Comics gelesen weil wir eben einen Comicladen hatten in Nürnberg der amerikanische Sachen verkauft hat und dann bin ich dann bei Preacher eben direkt auch in die amerikanischen da damals tatsächlich noch als Heftreihe also ich habe da da habe ich noch die Einzelhefte gelesen das war so ungefähr ein Jahr nach dem nach dem Start der Serie also die ersten zwei Paperbacks habe ich mir geholt und dann habe ich die monatlichen Hefte dann gelesen was dir natürlich noch sehr gefallen wird der Jason Burroughs der ist natürlich sehr von Steve Dillon inspiriert und die Optik ist auch so gehalten wie das in den in den alten Sachen von Dillon und Ennis zusammen gemacht ist also es ist nicht genau das er ist schon ein bisschen detaillierter als Dillon das jeweils gewesen ist aber sonst die Darstellungsart auch die Kolorierung ist sehr stark anders angepasst wie das damals war Jason Burroughs ist so ein Name der mich immer erstmal abschreckt also ich wenn ich mich nicht irre das ist doch der der auch für Alan Moore diese ganzen Neonomikon und so Zeug gemacht hat und immer wenn ich da reingeschaut habe hat mich sein Stil nicht so richtig angesprochen ich höre von anderen Leuten die den immer sehr sehr toll finden und ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen aber damals immer wenn ich da reingeguckt habe deswegen habe ich diese Sachen ich glaube Avatar Press ist das oder so wo die erschienen sind die habe ich auch alle nicht gelesen aber ich muss da mal einen Blick hinwerfen weil ich jetzt auch eben gedacht jetzt noch gar nicht so lange her erst wieder gehört habe dass Freunde von mir den gut finden und vielleicht wenn du jetzt sagst vielleicht sieht er da jetzt auch ein bisschen anders aus durch die Kolorierung oder was etc also ich muss da noch mal hingucken also immer wenn ich Jason Burroughs höre habe ich erstmal so diesen meinen ersten Eindruck von vor vielen Jahren im Kopf der mich immer erstmal ein bisschen abschreckt aber ich muss das mal überwinden und da einfach mal zugreifen und mal reingucken ja ich bin auch ein ziemlicher Gav-Annes-Fan ich hatte den Luxus tatsächlich dass ich eingestiegen bin als Panini gerade die Neuauflage vom Punisher rausgebracht hat da hat damals der Legere Legende noch im Comic-Shop gearbeitet und ich stand da teilweise oft am ersten Tag vom Neurelease auf der Matte deswegen hat der Legere Legende mich teilweise auch immer Preacher genannt weil ich da direkt auf der Matte stand und ich hab da auch in der Zeit alles inhaliert was von Ennis veröffentlicht wurde also die Gav-Annes-Collection vom Punisher da hab ich diese 10 Bänder also 10 Jahre die ja tatsächlich Punisher-Geschichte geschrieben hat dann The Boys dann sein Hellblazer-Run also der Mann trifft auch meinen Humor es ist nur wahrscheinlich wie es Andi sagt auf Dauer ist es ein bisschen monoton ich freu mich das wieder zu entdeckt äh wieder zu lesen wenn mir nach derben Humor ist weil dann trifft das oder wenn ein beim Punisher wieder nach stumpfer Action ist dann macht das Spaß dann hast du da wirklich so ein Paket auf das du dich da verlassen kannst und gerade sein Preacher das ist für mich so ein Comic der ist so wild durchgemischt der sollte nicht funktionieren aber er tut es und ich find den immer klasse wenn ich das lese und ich entdecke da immer neue Details ich hab auch die Serie dazu richtig gefeiert das haben wir dann mit Kumpels und ein paar Gläsern Whisky immer wieder gefeiert die neue Folge also ich bin auch ein sehr sehr großer Garf-Annes-Fan und ich wurde auch nach einem Halb-Iren benannt von daher ist mir die irische Tradition die er da gerne mit in seinen Comics mitspielen lässt nicht fremd dann bist du ja quasi Viertel-Ire genau Viertel-Ire-Ehren halber genau also ich wurde nach dem besten Kumpel von meinem Vater benannt und das war eben auch ein Patrick alles klar ja cool wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe sind wir mit unseren 3x3 durch und wir haben noch Mr. Kill genau dann können wir jetzt in die gemeinsame Besprechung von Mr. Kill Nummer 7 reingehen Fauler Zauber Mr. Kill geschrieben von Henning Mertens sind 3 Geschichten drin gezeichnet von Ralf Singh das ist die Geschichte im Sumpf der brennenden Hexe dann von Hans Berger mit Farbe von Isis Niedecken die Geschichte Das gewisse Etwas und dann die Geschichte russisch Roulette gezeichnet von Chris Kohler mit Farben von Chris Kläuber ähm ich fange mal an das ist mein zweites Mr. Kill Heft das ich gelesen habe ich bin erst vor kurzem ja das war genau wieder Juni es war das 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 Comicsalon Wochenende da war der der Telestammtisch Andi war in Erlangen weil er sein Hotelzimmer nicht stornieren konnte und wollte beschäftigt werden und unter anderem ähm war war ich mit mit meiner Frau und dann mit Andi und seinem Bruder ähm sind wir nach Bamberg gefahren und haben dort Chris Kläuber in seinem Plenplen Comic Shop besucht äh den er vor vor kurzem eröffnet hat und bei der Gelegenheit habe ich mir auch das erste Mal ein Mr. Kill Heft mitgenommen und zwar ähm die Ausgabe die jetzt irgendwo hinter mir liegt äh in der Andreas Butzbach eine Geschichte drin hat also ich habe es mir explizit mitgenommen wegen Andreas Butzbach weil ich den seinen Zeichenstil sehr sehr interessant finde und von dem gern mehr lesen möchte und von daher kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen wie ähm die ersten sechs Hefte im Vergleich zu diesem siebten sind oder so ich habe nur dieses eine Heft bisher gelesen ähm wie ist eure Historie mit mit Mr. Kill Breedstorm wie viel hast du davon gelesen ähm ich glaube nahezu alle muss ich sagen ähm ich kenne ja die Jungs von Plenplen größtenteils schon vom Panini Forum als es noch aktiv war und habe das also auch miterlebt wie die dann angefangen haben Sachen rauszubringen Verlag zu machen und da war es natürlich klar wenn die sowas machen dass ich mir das dann auch hole und ähm der Henning Mertens der das schreibt der hat die Figur Mr. Kill so ein bisschen angelegt so ja ich sag jetzt mal eine Mischung aus aus Hitman und James Bond so in der Richtung geht das also Mr. Kill ist ein Auftragskiller der seinen Job liebt und der das einfach gerne macht Aufträge ausführt und das auch auf eine sehr ja brutale aber manchmal auch sehr lustige Art und Weise und das das ist so ein bisschen was was er vielleicht auch mit Ennis gemeinsam hat also gibt es schon so von der von der Grundidee gibt es schon gibt es schon gewisse Parallelen und es waren immer sehr gute Künstler mit dabei die er sich da an Bord geholt hat ist er so ein bisschen Anthologie mäßig aufgezogen also dass er immer andere Zeichner dabei hat Boris Mihaljevic war zum Beispiel schon dabei also da haben wirklich schon sehr sehr viele mit gemischt und der Hans Berger war auch schon mal dabei ich glaube in der vier war das glaube ich und so kann er immer kleine Episoden mit diesen Killer der Herzen an Land bringen ich müsste mal gucken ob ich wirklich tatsächlich alle habe oder ob mir das ein oder andere fehlt mein Problem ist jetzt auch so ein bisschen dass wie gesagt wenn Erlang nicht stattfindet das wäre so die typische Gelegenheit wo ich Lücken schließe gucke was brauche ich noch und dann lasse ich mir das nämlich immer schön gleich mit signieren oder was reinzeichnen was auch immer und ja also Mr. Kill gehört definitiv zu meinen Lieblingssachen von Plem Plem ist im typischen Heftformat für 4,90 Euro erschienen das ist halt auch was wo du nicht lange drüber nachdenkst ob du das kaufst oder nicht sondern das ist ganz klar für 4,90 Euro da greif es auf jeden Fall zu ähm es ist eigentlich also es ist keine durchgehende Geschichte es sind immer kurze Episoden und mich würde interessieren welcher hat euch denn in dem Band am besten gefallen also ich war ja auch eine lange Zeit im Panini-Forum ich hab Chris Kläuber und die Plem Plem auch von Anfang an begleitet als sie noch Dopey und Thorst und sowas wie Bookman und das Assi-Tier gemacht haben und ich hab dann auch miterlebt wie aus dieser aus diesen kleinen Independent Comic wo sich Chris und Dennis immer wieder ausgetobt hatten auf einmal diese Anthologie-Reihe wurde also ich hab bei weitem nicht alles gelesen aber ich hab's miterlebt wie aus diesem Verlag etwas Größeres wurde wie die dann auch angefangen haben Künstler zu entdecken und Künstler zu fordern mit Trachtmann haben sie ja dann auf einmal auch einen Kultcharakter geschaffen der durch die Decke geschossen ist aber ja Mr. Kill ist auch so eins der Projekte ich hab bei weitem nicht alles gelesen aber es macht immer wieder Spaß das sind so kleine kurze knackige pointierte Stories über einen Killer ich kann mich sogar noch an Henning Mertens Worte erinnern dass er fand dass Dexter zum Beispiel ein zu sympathischer Killer war und er wollte mit Mr. Kill einfach einen Arschloch-Killer erschaffen der jetzt nicht großartige Sympathien in einem weckt das ist ihm da gelungen also bisher hast du da nicht wirklich große Sympathiepunkte für ihn er ist wie der Hitman der einfach einen Auftrag nach den anderen erledigt und dabei auch so ein bisschen so einen sadistisch fiesen Humor immer mitspielen lässt macht mir auch immer Spaß wenn ich das lese und ich hatte diesen Stories auch durch die unterschiedlichen Zeichen Stile mal Spaß und bin immer der Meinung wenn ich dann was von plan plan entdeck auch verdammt ich müsste mal wieder was bestellen und dann am besten vier fünf Titel also ja ich hatte mal Spaß mit dem siebten Mr. Killband wobei ich sagen muss also jetzt hat von den Geschichten die ich jetzt bisher gelesen habe weil du gerade gesagt hast es ist kein sympathischer Killer ich finde die Figur wie gesagt von den Geschichten die ich bisher gelesen habe ist insgesamt einfach relativ blank also ich finde weder sympathisch noch unsympathisch der tut nicht viel der tötet halt also ich habe jetzt im Moment nicht das Gefühl über die Figur aus den zwei Heften nicht gelesen habe so viel zu wissen dass ich sagen könnte ich finde den sympathisch oder unsympathisch ich finde den sehr neutral also hatte bisher das Gefühl dass es in den Geschichten wenig um ihn geht dass er der Katalysator für die Geschichte ist aber eigentlich andere Charaktere mehr Profil bekommen als der Protagonist wenn man ihn so nennen kann also den Titelcharakter deswegen weiß ich nicht also für mich greift da dieser Dexter Vergleich in dem Moment dann nicht so weil wie gesagt ich finde den jetzt keinen ich habe Dexter jetzt auch nicht geschaut aber wenn der zu sympathisch ist ich würde jetzt im Moment nicht sagen dass Mr. Kill da dann unsympathischer ist ich finde den relativ blank in dem Moment bezogen auf die drei Geschichten weil der Breedstorm auch gefragt hat welche Geschichte uns am besten gefallen hat ich kann das relativ eindeutig beantworten ich finde die die mittlere Geschichte von Hans Berger das gewisse etwas fand ich am interessantesten auch was das Konzept anging Henne Mertens schreibt auch im Nachwort dass er die Geschichte Hans Berger ziemlich überlassen hat also gar nicht auch kein Skript geschrieben hat sondern nur quasi ein Konzept und Hans Berger das dann komplett alleine umgesetzt hat grafisch umgesetzt hat das ist eine wortlose Geschichte ohne Dialog die rein grafisch funktioniert und deswegen für mich auch am interessantesten sowohl erzählerisch als auch tatsächlich grafisch also sehr sehr interessant gestaltet ich mag diesen Grafikstil sehr gerne ich kannte Hans Berger bisher nicht und das war die Geschichte die ich deswegen eben auch am spannendsten am interessantesten fand die am interessantesten war zu zu lesen anzuschauen und das für mich auch wirklich raus sticht es geht in der Geschichte also der Leser verfolgt die das den Lebenszyklus einer eine Gewehrkugel von der von der Entstehung in der in der Fabrik wie die Patrone zusammengebaut wird wie sie ausgeliefert wird wie sie an den Schützen kommt wie sie in ein Gewehr kommt wie sie abgefeuert wird ein Ziel trifft bis zu dem Punkt wo sie dann auch von jemandem am Tatort gefunden wird und dann zu einer Beerdigung auch weitergetragen wird zur Beerdigung des Opfers dieser Patronenkugel also das auf wenigen Seiten natürlich dargestellt wenn ich das gerade richtig sehe vier Seiten sind das also das fand ich spannend erzählt und vor allem auch grafisch spannend und ansprechend auch umgesetzt meine zweitliebste Geschichte wäre die dritte im Heft russisch Roulette von Chris Kohler auch grafisch sehr interessant also ich hatte den zeichnerisch den Eindruck dass es recht amerikanisch beeinflusst ist und da auch eine hohe Qualität hat und habe dann erst im Nachwort auch gelesen dass Chris Kohler tatsächlich ein amerikanischer Zeichner ist der hier diese Geschichte umgesetzt hat also ein ansprechender Stil ansprechende Farbgebung auch von Chris Kläuber fand ich sehr sehr gut geht darum dass eine ganze Gruppe von Killern gekidnappt werden und zu einem Spiel gezwungen werden dass sie sich gegenseitig töten ein russisches Chocolett Spiel mit mehreren Revolvern jeder einen Revolver kriegt aber nur eine Kugel drin ist wenn ich jetzt gerade recht erinnere und sie sich gegenseitig töten sollen und der einzig Überlebende dann ein Preisgeld bekommt die Geschichte läuft aber dann am Ende ein wenig anders fand ich möchte möchte ich später noch ein bisschen mehr in die Diskussion reingehen deswegen würde ich jetzt erstmal abgeben Breedstorm wie fandest du denn diese drei Geschichten Ja witzigerweise bei mir ist genau umgekehrt also auf den Stil von Hans Berger der ist glaube ich schon mal in Heft 4 oder so aufgetaucht konnte ich mich nicht so einlassen ich mag den Chris Kohler sehr gern von ebenfalls bei Plam Plam Productions erschienen ist ja auch Portland Underground das war sein Ding und das ist eins von ein paar amerikanischen Heften die Plam Plam gebracht hat er hat da drin auch in der Geschichte die du gesehen hast auch ein paar Anspielungen eingebaut die du natürlich auch nur kennst wenn du dann Portland Underground gelesen hast was auch sehr gut ist halt kann ich besprechen aber auch die erste hat mir sehr gut gefallen ich mag den Stil von Ralf Singen sehr gern der hat ja mit Thorsten Bruchhaus Zinnober gemacht zum Beispiel also eine Drachen Endzeit Geschichte die sehr sehr gut ist auch das einzige Mal dass ich irgendein Comic in irgendeiner Art und Weise gebackt hab ja also dass ich dass ich irgendwas vorfinanziert hab und ich mag einfach dieses Südstaaten Redneck Attitüde also es geht drum dass es geht um Rassismus der Ralf Singen hat wie glaube ich im Vorwort steht auch geschrieben also drum gebeten dass er irgendwas mit dem Thema Rassismus irgendwie einbringen kann und dass es in dem Fall auch passiert also Mr. Kill hilft einer Schwarzen in den Südstaaten quasi dabei mit mit einigen Rassisten fertig zu werden die sind zwar sehr klischee mäßig dargestellt aber das soll es ja in dem Fall halt auch sein halt ne sind halt so ein paar Hillbillies so ein Südstaaten Cop und im Prinzip hilft Mr. Kill der Schwarzen dabei so zu tun als hätte sie Voodoo Fähigkeiten aber im Prinzip tötet er Menschen dabei das hat wie gesagt für mich auch so so ein bisschen Ennis Gedanken sind da halt auch mit drin also ich war da sofort gedanklich wieder bei Preacher in den Sümpfen bei diesen bei dieser seltsamen Familie die da haust und also fand ich gut tatsächlich der Hans Berger war der wo ich an die wenigsten Zugang zu hatte ist immer noch interessant aber man muss sich halt drauf einlassen können Patrick bei dir ich fand tatsächlich die letzte Story am besten ich mag diesen Chris-Kohler Zeichensstil sehr ich mochte auch die Atmosphäre die er rübergebracht hat und diesen fiesen Humor dann fand ich direkt danach die Hans Berger Story mir hat da auch der Zugang gefehlt aber dieses More Setting und so wie sie das umgesetzt haben das fand ich dann halt auch klasse emotional konnte ich da tatsächlich auch nicht connecten aber der Zeichensstil hat es für mich dann ausgemerzt und ich war atmosphärisch dann doch irgendwie drin und die mittlere Story die war auch gut fand ich jetzt zeichnerisch nicht so super aber ich fand das war so Lord of War im Mr. Kill Universum tatsächlich wie du dann von der Maschine diese Pistole siehst diese Kugel siehst die dann niemanden geschossen wird das war für mich so das Gegenstück zu Lord of War im Mr. Kill Universum ich fand jetzt keine Story wirklich schlecht aber die hat mich vom Zeichensstil jetzt nicht ganz so sehr angesprochen aber von der Idee her dann doch sehr das ist das ist jetzt so der so ein Fall gerade was jetzt diese erste Story angeht von von Ralf Sing wo ich total gerne mal mit mit euch an einem Tisch sitzen würde und dieses Heft vor uns liegen und durchgehen und analysieren ich habe mir diese ersten Story echt Schwierigkeiten gehabt ich finde es sehr unklar erzählt ich bin die ersten Seiten dann auch mehrfach durchgegangen auch jetzt gerade eben nochmal so nebenbei ich bin jetzt nicht so geil multitaskingfähig euch zuhören und da reinschauen deswegen habe ich es nur sehr sehr grob jetzt auch nochmal angeschört ich finde es sehr sehr unklar erzählt eigentlich möchte ich sagen lese das Ding nochmal und dann sagt mir wie viele Männer sind in dem Haus und was passiert mit jedem Einzelnen von denen ich habe nicht das Gefühl dass sich das gut erklärt dass man da dass man das gut erkennt und dass das alles klar wird ich hatte das Gefühl da sind sehr sehr große Schwierigkeiten in der in der Erzählung also was passiert da mit wem wo und wo enden die dann auch alle das war das hat mir den Lesefluss da wirklich arg vermisst und mir mir Schwierigkeiten gemacht das auch richtig gut zu finden das ist das eine Problem das andere Problem das auch wo ich so ein bisschen zwischen den Stühlen bin ist die Darstellung der Frau wo ich das nicht ganz für mich entscheiden kann weil sie also sie taucht in dieser Hütte auf in so einer absoluten Klischee Aufmachung barbusig in einem kurzen Röckchen mit einem Totenschädel an der Hüfte getackert in so einem Voodoo Klischee Aufzug wo ich hin und her gerissen bin zwischen ist das jetzt einfach naja so eine so eine Exploitation Darstellung die so mit den Vorbildern des Genres spielt und das deswegen so übernimmt auch natürlich es geht darum wie Breastorm gesagt hat dass die jetzt auch diesen Hillbilly Rednecks da auch was vorgaukeln macht sie das deswegen weil sie die Klischees eben von diesen Weißen quasi aufnimmt um das für die sozusagen realistischer darzustellen oder und da kommt dann mein anderer Stuhl zwischen dem ich sitze mit dazu ist es einfach sind es überkommende Klischees die in dem Comic nicht zwingend in 2020 was zu suchen haben also da bin ich ein bisschen hin und her gerissen ich kann mir schon vorstellen was die Intention von Ralf Sing da ist wahrscheinlich eher also das erste was ich gerade beschrieben habe hat es mir beim Lesen aber trotzdem ein bisschen schwierig gemacht also das sind wie gesagt die zwei Punkte warum die Geschichte für mich jetzt hier auf Platz 3 gelandet ist und wo ich bei den anderen beiden Geschichten auch sagen würde empfehle ich problemlos und vorbehaltslos bei der ersten Geschichte eben diese angesprochenen Sachen Unklarheit in der Erzählweise die ich sehr schwammig und problematisch finde und dann eben die Darstellung der Frau bei der ich hin und her gerissen bin wie gesagt das ist was gerade was das Erzählen angeht was wir jetzt nicht so gut hier in diesem Podcast diskutieren können das wäre eigentlich sowas wo ich gerne mal einfach an einem Tisch sitzen würde und mal so quasi mit dem Finger gemeinsam über die Seiten gehen was passiert von Panel zu Panel was passiert mit den einzelnen Figuren wie gesagt wie viele sind da und wo bleiben die aber vielleicht wenn ihr Interesse habt dass ihr das im Nachgang euch vielleicht nochmal anschaut gezielt auf diese zwei Fragestellungen hin wie viele Männer sind da wie erkenne ich das und wo bleiben die dann eben auch und wenn wenn wir vielleicht auch Zuhörer Zuhörerinnen haben die die den Comic gelesen haben oder die den Comic noch lesen fände ich das total spannend da Feedback zu kriegen zu den zu diesen Punkten bezogen auf diese erste Geschichte im Sumpf der brennenden Hexe ob das jetzt nur mir so geht vor allem war jetzt eben Breedstorm auch gesagt das war seine favorisierte Geschichte und Patrick sie wenn ich mich jetzt recht erinnere zumindest auf Platz zwei auch hatte und ich sie auf Platz drei habe also wenn ich das gerade richtig erinnere ich glaube wir haben komplett verdrehte Positionierung jetzt gemacht also die ich glaube jede unsere Version war eine andere das ist auch sehr sehr spannend das heißt also dieser Comic hat für jeden was kann man dabei auch dann sagen das haben wir jetzt damit bewiesen offiziell bewiesen jeder hat eine Lieblingsgeschichte in diesem Comic und jeder kann den kaufen aber ja also das war jetzt so meine Kritikpunkte an der an der einen Geschichte und ja was ich an den anderen Geschichten gut fand habe ich auch schon gesagt bei mir ist tatsächlich so ich habe das ich habe es nicht so tief analysiert tatsächlich für mich war das eine Rache Geschichte auch wenn nicht so ganz klar ist was es jetzt im Datei passiert dass wir sehr viele Menschen umbringen aber ich meine das heißt Mr. Kill deswegen war das für mich klar da muss irgendwo was Schlimmes passiert sein und das ist jetzt die Rache dafür deswegen so tief habe ich es nicht analysiert aber eigentlich ist es ja bei jeder Anthologie Reihe ist es immer so du wirst immer was haben was dir besonders gut gefällt und dann machst du dann für dich sowieso deine Abstufung was dir dann weniger gefällt für mich ist gerade Mr. Kill halt eine Reihe wo er also wo der Henning Mertens immer wieder schafft Künstler einzubauen die ich mag ob es jetzt der Ralf Singh ist ich habe jetzt gerade mal geguckt wer sonst noch so in den letzten Jahren dabei war zum Beispiel Mr. Kill Nummer 5 war Elbe Billy den ich sehr schätze Tompa war mit vertreten Stefan Dinter also es ist wirklich er schafft es wirklich immer eine Menge Leute an Bord zu holen die was dafür machen wollen und das mag ich auch so sehr in der Reihe also vielleicht liegt es einfach weil weil wir einen ähnlichen Geschmack haben größtenteils was Künstler betrifft deswegen mag ich die Reihe halt auch so sehr wir hatten auch den Zeichner doch von Insepper We Trust auch bei Mr. Kill dabei ich weiß jetzt da noch nicht mehr den Namen Boris Mihaljevic genau oder von wahre Helden auch ich finde das da auch immer wieder schön wie viele unterschiedliche Künstler er dafür motivieren kann ich würde sagen dass wir die erste Story so hoch angesiedelt haben liegt auch daran dass wir beide Zinnober mögen wir mögen Ralf Zings Zeichenstil und eben wie er diese Moor-Landschaft und so inszeniert wir haben auch beide gesagt so ein bisschen hatten wir Probleme da emotional mit einzogen zu werden aber wir mochten einfach dieses Moor-Setting von Ralf Zing inszeniert ich würde sagen daran dann liegt es einfach ja also er kann zeichnen also er kann illustrieren die einzelnen Bilder sehen alle gut aus mir fehlt die Klarheit im Erzählen von Panel zu Panel also da finde ich es schwammig und schlampig und mir als Leser hatte ich das Gefühl mir wird es nicht leicht gemacht nachzuvollziehen wer ist wo und wo bleiben sie am Ende ab also das ist für mich immer noch eine Frage schaut es euch darin nochmal an sagt mir wo diese Männer alle ableiben wie viele sind da und wo bleiben die guckt euch im Nachgang nochmal an vielleicht habt ihr auch eine Antwort die ich nicht gesehen habe das mag sein ich habe es mir mehrfach angeschaut ich bin nicht drauf gekommen würde mich interessieren und wie gesagt auch von Hörern und wenn ihr euch das mal anschaut was ist euer Eindruck davon das fände ich super spannend vielleicht war ich zu sehr durch die weibliche Protagonistin abgelenkt das kann natürlich sein mag ja sein habt ihr noch irgendwas zu Mr. Kill zu sagen oder noch irgendwelche anderen Themen die ihr heute noch mit anreißen wolltet Patrick noch was offen ich denke ich habe alles angerissen was zu besprechen war jetzt in der Zeit das war alles würde ich sagen es wird echt doch so ein Crossover Podcast jetzt hier okay wunderbar dann würde ich sagen wie man das immer so im Podcast macht an alle Hörer und Hörerinnen erstens vielen Dank fürs Zuhören zweitens empfehlt uns gerne weiter drittens wie gesagt sendet uns gerne Feedback auf den ganzen Kanälen die der Briezer wahrscheinlich besser auswendig kann als ich aber es gibt ein Instagram es gibt ein Twitter es gibt ein Facebook ich weiß gar nicht was es gibt es eine E-Mail Adresse eigentlich weiß ich gar nicht es gibt eine wunderbare Homepage wenn ihr Comic Cookies googelt werdet ihr auf jeden Fall fündig und ihr könnt euch auf jeden Fall auf einen der Kanäle stürzen also irgendwo kommt das Feedback auf jeden Fall an und wird dann bei uns auch gesammelt also macht es gerne gebt laut wir hoffen die zweite Ausgabe dieser Besetzung hat euch wieder gefallen und dann werden wir voraussichtlich in einem Monat wieder da sein es gibt auch schon kann ich schon ein bisschen anteasern ein Projekt das wahrscheinlich so ungefähr Anfang nächsten Monats Anfang September rauskommen dürfte da werden wir wahrscheinlich ein Interview eine Comic Neuvorstellung mit Team Interview dann haben aber das wird jetzt gerade noch gebacken ansonsten mit der nächsten regulären Comic Cookies Comics Besprechung Folge werden wir dann in irgendeiner Besetzung nächsten Monat wieder da sein und von dieser Stelle sage ich dann schon mal Adieu und bis zum nächsten Mal Bis dann vielleicht sieht man sich noch am Gratis Comictag oder hört sich bei einer Besprechung zu The Boys Staffel 2 da machen wir vom Tele-Stammtisch natürlich auch demnächst eine Besprechung und ja wäre schön wenn man sich da hört bis dann